Vom Weltcup in die zweite Liga und nicht mehr zurück. David Zobel spricht mit mir über seinen Winter im stärksten deutschen Team seit Jahren. Dabei erhält er trotz WM-Norm keine Chance mehr, aber hier erhältst du exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Außerdem hängt eine der erfolgreichsten Biathletinnen der Geschichte noch eine Saison dran und auch eine ehemalige Weltmeisterin darf feiern. Also, ab geht's! Biathlon. News, Fakten, Analysen und die Stars der Szene. Herzlich willkommen zu einer neuen Extra-Runde. Ich bin zurück am Montag. Und wir schreiben den 22. April und das bedeutet noch 222 Tage bis zum Weltcup-Start. Ja, kann man sich wohl nicht besser ausdenken mit diesen Schnapszahlen. Aber Leute, darum soll es heute nicht gehen. Es geht um unseren Gast David Zobel. Wieder zurück in der Extra-Runde, gehört er schon fast zum Inventar hier. Und ihr wisst selber, David hat sich in der Vorsaison noch im Weltcup-Team festgebissen, ist damals seine erste komplette Saison in der Weltelite mitgelaufen. Und trotzdem musste er am Ende wieder durch die Quali in Schuh schön sich erstmal für den Weltcup wieder empfehlen. Und da gingen so einige aus dem Team um die Plätze kämpfen, denn die Quali bei den Männern war ja noch nie so offen wie im vergangenen Winter. Aber er hat sich gerade noch so durchgesetzt in einem wirklich umkämpften Feld und schafft es damit wieder zum Auftakt, wo er ja im Vorjahr noch auf Anhieb Dritter wurde. Aber diesmal läuft es dann nicht ganz so. Und dabei muss man sagen, hatte er auch Pech. Denn nach dem Dezember ist er dann Opfer des starken deutschen Teams geworden. Also die Leistung, die die Herren da gezeigt haben. Gerade auch in der Lenzerheide nochmal. Ein Philipp Horn, der aus dem IBU-Cup hochkommt und dann auf Anhieb Fürther im Sprint wird. Also sowas sieht man nicht alle Tage. Und dann musste er im Januar wieder zurück in den IBU-Cup und kommt nicht mehr zurück in den Weltcup. Und das ja auch, obwohl in den USA und in Kanada noch ein Platz frei war für ihn. Oder vielleicht auch für einen anderen. Aber ich denke, wenn man so eine WM-Quali ja auch schon im Sack hatte im Dezember mit seinem siebten Platz im Massenstart, dann kann man sich auch Hoffnungen auf diesen freien Platz in den USA und Kanada machen. Aber ja, wie geht man eigentlich damit um, wenn man so nach zwei Jahren plötzlich wieder zurück muss in den IBU-Cup? Denn im Kopf hat man ja wahrscheinlich schon verankert, dass man doch sicher ein Teil des Weltcups ist. Und David, der lässt auch ein bisschen Frust hier raus. Also der lässt ein bisschen Dampf ab. Denn da ist wohl auch intern bei der Kommunikation einiges schiefgelaufen. Wogegen er dann auch selber jetzt was unternehmen will in diesem Sommer. Und er wechselt auch mal kurz in die Expertenrollen. Also letztes Jahr war die Quali sehr offen. Dieses Jahr sieht es wahrscheinlich nicht mehr ganz so offen aus. Aber ich habe ihn mal gefragt, was glaubst du, David? Wie viele Weltcup-Spots werden wohl diesmal in der Quali ausgefochten? Ja, und wirst auch du wieder die Chance bekommen, da mit dabei zu sein? Also Leute, seid gespannt. Eine vollgepackte Folge. Denn David hat so einiges zu erzählen gehabt. Aber erstmal geben wir ab in die News. Sie ist unterwegs zu einem dreiwöchigen Trainingscamp in Norwegen. Ja, die Legende Anastasia Kusmina macht offiziell weiter für mindestens eine weitere Saison. Also es war ja schon wirklich nicht zu fassen, dass sie nach fünf Jahren jetzt in diesem Winter zurückgekommen ist. Damals 2019 ihre Karriere beendet. Und jetzt mit 39 für die Heim-EM nochmal zurückgekommen in diesem Jahr. Hat nicht ganz so gut geklappt, wie sie sich das vorher wahrscheinlich ausgemalt hatte. Jetzt hat sie aber wohl einen Vertrag unterschrieben für mindestens ein Jahr mit dem Sportcenter des Verteidigungsministeriums. Soll damit auch wieder professioneller trainieren können und einen besseren Support bekommen. Denn sie hat auch, wie sie selber sagt, höhere Erwartungen als im letzten Winter für die Europameisterschaft und die Weltmeisterschaften. Und deshalb eben dieser Schritt. Ja, vor allen Dingen will sie eben die Slowakei mit der Staffel nach vorne bringen. Generell das Team nochmal so ein bisschen ankurbeln. Wahrscheinlich auch die Jüngeren dazu motivieren, hier nochmal beim Biathlon Fuß zu fassen. Denn da sieht es ja aktuell wirklich nicht so gut aus. Ich meine, ich habe schon gesehen, dass auch Paulina Fialko wieder zurückkommt so langsam. Bringt sich wieder in Form, war schon wieder auf Skiern unterwegs. Also zwei große Namen, die da wieder auftreten könnten. Und eventuell, wenn dann die ein oder andere, die sich im letzten Winter auch noch ganz gut verkauft hat, da mitmischen könnte in der Staffel, könnte es ja vielleicht hier und da dann doch mal klappen. An einem guten Tag in die Top 6 vorzustoßen, wer weiß, wäre sicher ein großer Erfolg für dieses Team. Angeblich wurde auch Kusmina jetzt schon zu einem Showrennen in Norwegen eingeladen im Sommer. Kann ja eigentlich nur das Blinkfestivalen sein, weil ansonsten fällt mir nicht ein, was da sein soll. Vielleicht noch die Holmkollen Skischow, aber ja, da sind dann doch eher so die heimischen Athleten und Athletinnen am Start. Und das ist auch nicht so Biathlon-spezifisch. Mal gucken, ob sie dann eben beim Blink antreten wird. Und sie ist ja übrigens, also schon beeindruckend auch, die erfolgreichste Olympionikin der Slowakei. Dreimal olympisches Gold geholt, dreimal olympisches Silber, alles in Einzelrennen, das muss man erstmal schaffen. Und hat ja auch nur an drei olympischen Spielen teilgenommen. Also da werden die ein oder anderen Sportler jetzt wahrscheinlich sagen, ja nur, ich bin froh, wenn ich überhaupt einmal mit dabei bin. Aber, dass dann so viele Medaillen dabei rumkommen, das ist schon echt beeindruckend. Und trotzdem ist sie dann nächsten Winter 40 Jahre alt. Ich bin mal gespannt, ob sie es schaffen wird. Also sie hat ja immerhin einen sechsten Platz im IWU Cup einmal geholt jetzt. Aber bei ihren Weltcup-Auftritten in Übersee, beziehungsweise in Novemesto, das waren zwei Sprints, hat zweimal die Verfolgung nicht geschafft. In den Laufzeiten war sie da 57. und 56. Und wenn man das mal mit ihren letzten drei Rennen im Weltcup vergleicht, 2019 damals in Oslo war das, da hat sie ja noch zwei davon gewonnen sogar und hatte einmal die beste Laufzeit, zweimal die zweite Laufzeit. Also da sieht man schon in diesen vier, fünf Jahren, wo sie jetzt weg war, da hat sie schon ordentlich einbüßt müssen. Aber trotzdem, natürlich aufgrund ihrer Erfolge einfach eine interessante Personalie, ein großer Name im Biathlon. Und da bleiben wir natürlich dran. Und auch für eine andere Dame geht es erfolgreich weiter nach der Karriere, denn Denise Helman Wick und ihr Ehemann Thomas Wick sind Eltern geworden, haben eine Tochter zur Welt gebracht. Jonna ist der Name, hat sie selber auf Instagram gepostet. Also ja, letztes Jahr noch Weltmeisterin, dieses Jahr dann Mutter. Was kann es Schöneres geben, Leute? Und damit war es das auch schon für diese Woche. Es ist die ruhigere Phase, die jetzt wieder Einzug erhält hier im Biathlon. Gerade jetzt im April, wo viele noch im Urlaub sind und sich dann erstmal auch andere Gedanken machen. Und im Mai geht es dann wieder richtig rund. Also Leute, damit gehen wir direkt ab ins Interview mit David Zobel, denn der hatte uns so einiges zu erzählen. Also ab geht's und viel Spaß. Auf die Runde. Hallo David. Servus, schön, dass ich mal wieder da sein darf. Ja, das darf ich auch sagen. David, ich war noch ein bisschen auf Instagram, gerade bei dir jetzt auch unterwegs. Und wer dich da so verfolgt, der wird, glaube ich, wissen, du warst gerade in Norwegen unterwegs. Was ging da ab? Erzähl mal. Genau, ich habe nicht genug vom Schnee bekommen. Gerade hinten raus war es ja tatsächlich eher mau, was die Schneebedingungen anging. Und dann habe ich mir eingebildet, dass ich nochmal nach Norwegen fliegen will. Das war schon von langer Hand geplant, dass ich da mit meinem Dad und ein paar Bekannten nochmal ein paar Skitouren gehen will in Norwegen. Weil im letzten Jahr und auch schon davor, Philipp Horn war auch schon mal beim Skitouren in Norwegen. Das hat mich ja ein bisschen angefixt. Das sah einfach überragend aus da vor Ort. Und dann habe ich das mit meinem Dad eben mal angesprochen. Der hatte auch sofort Bock. Und dann haben wir das eben geplant und waren da die letzte Woche in der Nähe von Tromsö auf Senja beim Skitouren gehen. Und ja, man muss ehrlicherweise sagen, wir hatten ganz schön Pech beim Wetter. Richtig? Also es war richtig böse. Von sechs Skitouren, die wir gemacht haben, haben wir zwei gefühlt abgebrochen bei richtig Suppe. Und es hat richtig geschüttet. Also das zum Thema immer schönes Wetter in Norwegen. Dann einen Tag war es zumindest halbtrocken. Und die restlichen drei Tage waren dann in Ordnung. Einen Tag haben wir wirklich richtig Sahnewetter gehabt. Und da merkt man dann einfach gleich, ist es halt überragend. Dieses Panorama mit Meer, Berge, Schnee, diese Kombination. Und dann ist halt einfach auch extrem wenig los. Klar, das wird langsam populärer. Es waren schon auch ein paar Skitouren-Gruppen da unterwegs. Aber das hat richtig, richtig Laune gemacht. Und war natürlich auch mit meinem Dad eine super schöne Erfahrung, dass man da sowas zu zweit nochmal machen kann. Das haben wir schon sehr, sehr genossen. Ja, ich muss ja sagen, auf Instagram hast du nur die schönen Seiten gezeigt. Also von dem schlechten Wetter hat man nichts gesehen. Nicht nur. Ich habe auch die ein oder andere Story gepostet, wo es nicht so schön war. Ich kann mich daran erinnern, dass ich gesagt habe, komm nach Norwegen, hier ist super. Und dann drunter geschrieben, eigentlich ist es genauso wie ein Oberhof. Da kann sich kein Norweger mehr über Oberhof aufregen. Nee, sowas fällt und steht natürlich immer so ein bisschen im Wetter. Es ist uns natürlich bewusst, dass es auch mal schlecht Wetter sein kann. Aber unser Bergführer, ein bekannter von meinem Dad, hat schon angekündigt, dass wir da wirklich jetzt auch Pech gehabt haben. Also der war jetzt schon mehrfach da oben. Und auch andere Bergführer haben gesagt, ja, normalerweise ist die zweite Aprilwoche da wirklich eine Bank. Und man hat mal vielleicht ein, zwei schlechte Tage. Und jetzt war es halt eher genau andersrum. Werten ein, zwei gute Tage und der Rest war eher beschissen. Aber naja, das passt im Moment so zu diesem Winter. Und wir haben aber absolut das Beste draus gemacht. Und es war richtig, richtig schön. Ja, ich glaube, wir waren eine Woche auch so spät. Also davor war es noch ziemlich gut und ziemlich winterlich und so. Genau, also da haben wir wirklich Timing bewiesen. Es war davor überragend. Wir sind dann quasi auch heimgeflogen. Und direkt danach, jetzt ist es auch wieder hervorragend. Und ja, währenddessen daheim im schönen Murnau, 25 Grad und Sonnenschein. Und dann bin ich angekommen. Und es hatte zwei Grad und hat wieder Schneeregen gehabt. Da habe ich mir auch gedacht. Okay, habe ich wohl gerade irgendwie schlechtes Karma? Oder was habe ich angestellt? Nee, das war ein bisschen wild. Aber ja, man macht immer das Beste draus. Ist ja meistens so, wenn man dem schlechten Wetter in Deutschland entfliehen will, dann klappt es irgendwie nie im Urlaub. Und wenn man zurückkommt, ist es immer noch schlecht. Und dazwischen war es dann super gut. Klassiker. Aber David, für dich ist es ja auch irgendwie eine komplett ungewohnte Situation, glaube ich. Denn du hast das Gefühl, seit Ewigkeiten nicht mehr so mitgemacht. Das ist ja das erste Jahr jetzt, seit deinem Weltcup-Debüt, wo der FC Bayern nicht Meister ist. Also wie verkraftest du das? Direkt den Finger in die Wunde liegt. Naja, nachdem gestern das Halbfinale erreicht wurde, ist das eh schon wieder alles völlig in Ordnung. Und ja, jeder weiß ja auch mittlerweile, der Fipser, unser Coach, ist glühender Leverkusen-Fan. Von dem her sei es ihm mal gegönnt. Aber, ja klar, da wird natürlich immer lieber Bayern Meister als Leverkusen. Aber ganz ehrlich, nach elf Jahren, zwölf Jahren, elf Jahren, zwölf Jahren, jetzt darf ich nicht mal was Falsches sagen. Zehn, oder? Ich kann mich schon gar nicht mehr erinnern, wie viele. Ne, zehn waren es auf jeden Fall. Ja. Die waren schon rum. Ja, genau. Deswegen, ich glaube, es ist jetzt sogar das elfte Jahr gewesen. Ja. Ja, es ist ja auch langweilig. Und da gönnen wir es Leverkusen. Und ganz ehrlich, bei der Saison und was die für den Fußball unter Alonso spielen, da kann man auch mal einen Hut ziehen und einfach sagen, das ist einfach besser. Ja, du musst auch wie jeder normale Deutsche mal denken, geil, endlich ein anderer, oder? Absolut. Dann ist es im nächsten Jahr wieder umso schöner, wenn Bayern mal wieder Meister. Ey, aber vielleicht wird es ja was mit dem Champions-League-Finale, ne? Also ich glaube, so BVB gegen Bayern wäre auch so dein Traum-Duell im Finale, oder? Oh ja. Also eine Wembley-Wiederholung, da bin ich absolut dafür zu haben. Das war 2013 schon ein Träumchen. Und wenn es dieses Jahr natürlich wieder schafft, ich bin da tatsächlich sogar ganz guter Dinge, weil Manchester City wäre uns, glaube ich, nicht gut gelegen im Halbfinale. Aber Madrid, da haben wir schon immer gut ausgeschaut. Und Dortmund schaukelt es auch gegen Paris und dann wird es ein deutsches Finale. Aber jetzt sind wir hier so bald im Fußball-Podcast. Ja, das stimmt, das stimmt. Auf jeden Fall sehr einfache Gegner für die beiden. Mal gucken, wie es dann weitergeht. Aber wäre auf jeden Fall ein Traum. Aber du hast eine gute Überleitung geschaffen. Lass uns zurückkommen zum Biathlon. Du bist ja so standardmäßig in der Extrarunde immer so einer der ersten Gäste nach Saisonende. Das heißt, wir haben das letzte Mal so vor der Vorbereitung noch gesprochen. Erzähl mal, wie lief denn die so bei dir im letzten Sommer? Ja, freut mich, dass ich hier schon halb zum Inventar gehöre. Ja, die Vorbereitung tatsächlich ist sehr, sehr gut gelaufen. Ich habe mich absolut abgeholt gefühlt. Der Trainingsplan fand ich einfach überragend. Der Philips zusammen mit unserem Sportwissenschaftler, mit dem Hannes Koch, das hat einfach Laune gemacht. Das hat funktioniert. Das Heimtraining war abgestimmt mit den Lehrgangsplänen. Wir hatten da auch quasi mal so einen neuen Input mit unserem Höhentraining, das wir durchziehen wollten. Dann gleichzeitig immer alles schön mit Tests abgesichert in Oberhof, wo wir ein Testprotokoll uns erstellt haben und das auch immer schön durchgezogen haben. Dann hatte ich keinerlei Verletzungen, keine Krankheiten. Also wirklich Sommer komplett perfekt durchtrainiert. Mehr brauche ich dazu nicht sagen. Also Vorbereitung, an der hat es nicht gelegen. Mit der war ich mehr wie zufrieden. Ja, jetzt hast du es schon kurz angesprochen. Du hast da mit dem Hannes Koch auch zusammengearbeitet. War ja auch was, was du letztes Jahr angesprochen hattest, dass du da mehr in diesen wissenschaftlichen Ansatz noch mit einbauen willst im Training. Was ist denn daraus geworden oder wie hast du es auch umgesetzt dann am Ende? Ja, das lag natürlich in erster Hand vor allem am Phipser, der natürlich das Training plant und dann im Hintergrund einfach extrem viel mit dem Hannes abgesprochen hat. Aber auch Hannes stand immer mal wieder auch mit uns im Kontakt. Ich habe ihn auch mal in Leipzig besucht. Und das war einfach ein offener Austausch. Wie gesagt, das Training im Hintergrund, das habe ich jetzt nicht direkt geplant. Also da war ich jetzt nicht direkt im Kontakt mit der Wissenschaft. Aber trotzdem habe ich gemerkt, okay, wir haben klare Ziele. Wir haben eine klare Belastung, Entlastungsphase. Also wir trainieren immer drei Wochen. Dann eine ein bisschen reduzierter. Und jede Woche hatte so sein eigenes Ziel. Wir wussten, okay, es geht jetzt eher um eine Umfangswoche. Wir wollen da eher mehr Ausdauerstunden trainieren. Oder es geht jetzt eher mehr um Intensitäten. Oder insgesamt, wir sind gerade eher in einem Schwellenblock oder eher im V2-Max-Block. Also da wurde bedeutend mehr drüber gesprochen. Wir haben bedeutend mehr Laktat genommen in solchen Schwelleneinheiten, was eben auch extrem wichtig ist. Und ja, einfach nach jedem Test, den wir einfach hatten. Wir haben ganz am Anfang einen gemacht. Wir haben im Juli nochmal einen gemacht. Wir haben im Herbst nochmal einen gemacht. Und da haben wir quasi halt immer dann die Analyse im Endeffekt gehabt. Wir haben über die Tests gesprochen. Wir haben gesagt, okay, das ist gut gelaufen. Das ist nicht so gut gelaufen. Und das hat einfach Laune gemacht. Und da ist definitiv die Wissenschaft im letzten Trainingsjahr sehr, sehr gut mit eingebaut worden, meiner Meinung nach. Wie hast du im Vorjahr trainiert, wenn du meinst, du machst jetzt so drei Wochen volle Power. Oder es steigert sich wahrscheinlich auch bis zur dritten Woche. Und dann machst du eine Woche lockerer. Und dann geht es wieder von vorne los. Oder mit dem nächsten Step so. Wie war das vorher? Ja, vorher war es halt natürlich schon auch grob in die Richtung. Aber es waren halt häufig auch mal irgendwie, hat man mal fünf Wochen durchtrainiert. Also das war nicht so abgestimmt, weil man hatte dann halt noch die Lehrgänge. Da hatte ich manchmal das Gefühl, okay, das passt jetzt nicht gerade so ganz rein. Eigentlich wären wir jetzt mal wieder so in einer ruhigen Phase. Aber im Lehrgang, da brauchst du dich dann auch nicht ruhig machen. Das war dann eher wieder ein Peak. Und ja, so hat es einfach manchmal nicht so ganz gepasst. Beziehungsweise man war sich nicht so, also vielleicht hatten die Trainer das schon auf dem Papier und haben das schon so geplant, dass die Woche dann mal ein bisschen ruhiger war. Für mich gefühlt war das einfach in den Jahren davor nicht so klar strukturiert, dass ich wusste, okay, das ist jetzt eine reduzierte Woche. Da brauche ich jetzt nicht so viele Stunden machen. Und das ist jetzt aber gerade die Umfangswoche. Also ich fand es dieses Jahr einfach klar deutlich strukturierter. Und in den letzten Jahren waren es mal vielleicht fünf Wochen ein Zyklus, dann mal drei Wochen, dann wieder vier. Und das hat mir einfach extrem gut gefallen, weil uns der Fipster und der Hannes einfach einen klaren Jahresplan hingelegt haben. Hier zack, die, die, die und die Woche, die wird reduziert sein. Und in den Wochen wollen wir das sehen. Und das habe ich mich einfach sehr gut abgeholt gefühlt. Und ja, also klar, ich bin halt eben auch ein sehr strukturierter Mensch und ich stehe halt auch so ein bisschen drauf, wenn man einfach einen Plan hat und auch so ein bisschen was abarbeiten kann. Manche sind da vielleicht eher so freier im Geist und schauen halt einfach, okay, wie geht es mir die Woche? Dann trainiere ich ein bisschen mehr oder da bin ich müde, dann trainiere ich ein bisschen weniger. Das kann auch völlig richtig sein und darf auch nie vernachlässigt werden. Aber ich finde es einfach schön, wenn man auch einen schönen Plan hat. Da kann man schön was abarbeiten. Das macht mir halt Laune. Und deswegen hat mir das das Jahr sehr gut gefallen. Klasse für Deutsche dann am Ende, würde ich sagen, so bei dir. Richtiger Allmann. Ja, also würdest du schon sagen, insgesamt ist es ein großer Fortschritt, was da jetzt so passiert ist im Team? Für mich auf jeden Fall. Ich habe da auch mit Justus drüber gesprochen oder auch mit Philipp, also jetzt speziell, was den Stützpunkt Oberhof angeht. Auch mit Simon hat es allen sehr gut gefallen und da wollen wir auf jeden Fall so weitermachen. Klar, was dann am Ende in der Saison rauskommt, ist natürlich immer nochmal ein bisschen was anderes. Das muss dann individuell betrachtet werden. Aber wenn man jetzt Danilo sieht, was er für einen Sprung gemacht hat, wenn man sieht, wie Philipp marschiert ist, was der Justus für eine Saison hatte, hat der Plan, außer jetzt vielleicht bei mir. Aber da kommen wir sicher noch drauf zu sprechen. Sehr, sehr gut funktioniert und wir sind zufrieden und da wollen wir genauso weitermachen. Ist das denn auch irgendwie wie so beim Trainerwechsel im Fußball, um da nochmal hinzukommen? Geht da so ein Ruck durch die Mannschaft, wenn dann auch ein neuer Trainer kommt? Hat man das irgendwie auch während der Vorbereitung gemerkt? Ja, es ist, denke ich mal, das gleiche Lied wie im Fußball. Also die Sportart wird nicht neu erfunden. Wir hatten schon gute Trainer und mit dem FIPS ist jetzt halt einfach nochmal einer neu dazugekommen. Aber die Sachen werden einfach ein bisschen anders angepackt. Es ist nicht immer das Gleiche. Es sind vielleicht auch mal neue Einheiten. Und diese neuen Reize, speziell jetzt, FIPS wollte zum Beispiel auch, dass wir halt Rad ein bisschen reduzieren und dann halt deutlich mehr Cross laufen, was wir auch definitiv so umgesetzt haben. Das war halt auch einfach ein neuer Reiz. Und man lässt sich halt über so Jahre, so drei, vier Jahre, lässt man sich vielleicht einfach so ein bisschen einlullen und denkt sich, ah ja, die Einheit kennen wir schon, machen wir. Aber da ist man vielleicht mit dem Kopf nicht so 100 Prozent da. Und wenn man halt dann diesen Trainerwechsel hat und dann steht wieder jemand Neuer auf der Matte und sagt, hier, das und das möchte ich jetzt heute haben. Oh ja, okay. Habe ich so noch gar nicht gesehen. Und dann ist man halt mit dem Kopf vielleicht einfach wieder ein müh anders da. Aber das würde ich auch nie immer einem Trainer angreifen, sondern am Endeffekt geht es halt auch da um uns Athleten. Also wir können uns ja auch selber immer neue Schwerpunkte setzen und unsere Trainer an sich fordern. Also da machen sich es, glaube ich, im Fußball häufig auch einfach leicht, das immer auf den Trainer zum Schieben. Aber da ist es ja einfach so, dass der Trainer einfacher austauschbar ist. Die Spieler kosten zu viel Geld. Und bei uns ist es ähnlich. Klar, die Athleten, du hast nur ein gewisses Athletenmaterial und dann kann man da eben auch mal einen Trainer austauschen. Aber das hat einmal frei funktioniert und man hat es auch nicht gemacht. Ja, sehr gut. Für dich war ja auch noch neu, dass ihr im Sommer mal einen Ausflug nach Norwegen gemacht habt, zum Blinkfestival. Wie hat dir das denn gefallen? Norwegen haben wir gerade schon gehabt. Davor ist im Winter schön, ist im Sommer schön. Was ein Riesenvorteil war, man kann da einfach auf der Straße rollern, ohne dass es da irgendwie Probleme gibt. Das ist sogar gewollt, sage ich mal. Und es wird akzeptiert von der Bevölkerung. Die schauen da nach einem. Da wird sofort angehalten, auf die Straßenseite gefahren und geschaut, dass auch ja nichts passiert. Da ist einfach halt ein ganz anderer Spirit für Sport da. Das ist schon sehr, sehr auffällig. Insgesamt muss man einfach sagen. Klar, es sind einfach deutlich weniger Einwohner, es ist weniger besiedelt wie in Deutschland. Aber ja, so diese Grundaggressivität auf deutschen Straßen, egal ob man da mit Rennrad, Roller oder sonst was unterwegs ist, die ist da oben einfach nicht. Da ist einfach alle ein bisschen zufriedener und glücklicher. Die haben auch nicht so viel Stau da oben. Ja, ja. Und das merkt man einfach im Training auch. Das hat schon Laune gemacht, plus einfach mal eine andere Landschaft. Das war schon richtig, richtig cool. Was das Blink-Festival jetzt an sich angeht, klar, wir haben uns da natürlich erhofft, da nochmal einen guten Reiz zu setzen, gerade was das Schießen angeht. Da weiß ich nicht, ob uns das zu 100 Prozent geglückt ist, weil klar, das war komplett neu für uns. Wir haben dieses Festival so noch nie gemacht. Und gerade im Sommer, es ist halt nochmal einfach was Besonderes mit stehend, Schießen auf Skiroller und auch gerade die Belastung beim Schießen. Und das war schon auch wild. Und Vormittagrennen und hier noch ein Rennen. Und wenn man das aber nicht geschafft hat, diesen Heat, dann ist aber unser Plan so ein bisschen kaputt. Dann musste man irgendwie noch was anderes trainieren. Das weiß ich nicht, ob das so 100 Prozent funktioniert hat. Aber es war ja auch das erste Mal. Da kann man sich auch noch ein bisschen drauf einstellen und vielleicht dann noch ein paar Schlüsse draus ziehen. Aber es hat schon sehr viel Spaß gemacht. Und klar, Nüsebotten war natürlich eine Riesenerfahrung. Das war schon ein richtiges Gewaltrennen. Da kann man halt immer noch davon erzählen, dass man da mal hochgelaufen ist und uns maßlos übertrieben hat und wieder jung und naiv war und einfach da unten reingesprungen ist und dann schon bei der Hälfte gemerkt hat, ach du Kacke, wie soll ich denn bis da oben überhaupt ankommen. Das war schon cool. Insgesamt ein sehr schöner Lehrgang, ja. Ja, Nüsebotten ist ja dieser Berglauf ohne Gewehr dann eben. Genau. Berg da hoch, ne? Diese siebeneinhalb Kilometer sind es, glaube ich. Also ziemlich krass. Und Benni hat richtig abgeräumt da auch noch. Genau, der hat geliefert. Ja, was würdest du denn als Alternative sagen? Sollte man da eher dann ganz normale Rennen machen? Also ich sag mal einen Sprint und Massenstart oder sowas? Nee, nee. Also für die Show vor Ort und insgesamt für das Training macht es schon Sinn, was die da machen. Also ich würde jetzt eher sagen, dass es von unserer Herangehensweise, wie wir jetzt, was wir jetzt da für Ziele hatten, hat es nicht so ganz funktioniert. Wir waren vielleicht in gewisser Weise, gut, das heißt wir, ich kann immer nur für mich eigentlich sprechen, aber ich war da ein bisschen überfordert. Es war hektisch, es war viel. Ich war in dem Moment eigentlich noch gar nicht so dafür bereit. Es ist halt auch das erste Mal gewesen und dann konnte ich natürlich überhaupt nicht die Leistung zeigen, die ich da zeigen wollte. Und dann kann man halt eher so sagen, ja, habe ich da jetzt überhaupt was erreicht oder habe ich mich da eher demotiviert? Aber das geht jetzt speziell einfach nur um diese Rennen an dem Tag, dass die so stattfinden sollen. Absolut. Also das ist erprobt und da haben die Norweger schon recht. Es war eine schöne Show. Da ging es auch gut zu. Da waren viele Zuschauer da. Also das machen die schon alles richtig. Na gut, aber wir bleiben in Norwegen, denn da gab es ja auch dann die Weltcup-Quali für dich und die war ja jetzt nicht mehr in Finnland und auch diesmal sehr offen. Also es gab vier freie Spots, was sehr ungewöhnlich ist im deutschen Team. Und jetzt habe ich eben schon so rausgehört, dein Sommer, der verlief ganz gut. Also gehe ich doch mal davon aus, du bist da in Schusschön in einer ganz guten Verfassung angereist, oder? Absolut. Also ich war mehr wie zufrieden. Klar ist eine Quali immer eine nervlich sehr besondere Belastung, aber ich wusste ja auch schon durch die letzten Jahre, dass ich das auf jeden Fall kann, dass ich da parat bin. Winter liegt mir schon immer besser als der Sommer. Das wissen wir ja auch schon. Und von dem her habe ich mich darauf gefreut. Klar war das auch so ein bisschen, ja, schau mal die norwegische Konkurrenz auschecken, wie weit sind wir, wie gut sind wir drauf. Aber in erster Linie natürlich ein Ziel, Weltcup-Quali schaffen. Und das hat dann auch funktioniert. Klar war es auf jeden Fall eng und ich war nicht ganz zufrieden da mit meiner Leistung, aber am Ende zählt da einfach nur die Qualifikation und das hat funktioniert. Und wie fandst du es, dass das jetzt so offen ausgetragen wurde da? Man konnte es ja live auch verfolgen dann im TV und das waren halt wirklich auch mit Resultatlisten. Also jeder konnte sehen, was ist passiert. Ja, optimal. Also wenn man einfach alle Karten da offen hinlegt und das einfach klar für alle ist, ist doch das Beste, kann sich jeder das anschauen und kann nachlesen. Okay, wieso, warum, finde ich gut. Hat sich denn auch dadurch, dass jetzt diese vier Plätze da frei waren, was ja wirklich besonders ist, so eine Anspannung breit gemacht im Team, dass man gemerkt hat, oh, ja, wir sind jetzt alle irgendwie angespannt, weil wir wissen, die Hälfte fliegt ja auch raus. Es waren, glaube ich, acht, die sich dann um diese vier Plätze gestritten haben bei euch, ne? Ja, ich glaube, drei sind am Ende dann quasi in den IWU Cup gegangen. Oder neun wart ihr, glaube ich, im Arkader. Zwei waren gesetzt und dann waren noch vier Plätze frei, genau. Ja, war eine besondere Situation, aber in dem Fall für mich persönlich tatsächlich entspannter, weil es ja vorher nur zwei freie Plätze gab und jetzt gab es quasi vier, also einfach mehr Potenzial, um sich da rein zu qualifizieren. Ich würde gar nicht sagen, dass das Team davor irgendwie angespannter war. Also klar, jeder hatte seine Ziele und jeder hat sich da drauf fokussiert, aber es war jetzt keiner verbissen oder ist irgendwie da ausfällig geworden. Also da gibt es bei den Männern sowieso selten irgendwie ein Problem. Also das hat alles so gepasst. Ich glaube eher, dass das entspannt war, dass es eher vier Plätze waren. Ist dann eher so ein bisschen okay, wenn man jetzt mal ein Rennen versemmelt, wenn es halt nur zwei Plätze sind, dann wird es dann gleich eng. Aber bei vier ist dann die Wahrscheinlichkeit trotzdem noch absolut gegeben, dass man sich da qualifizieren kann. Ja, okay. Kann ich mir auch gut vorstellen, dass es dann eher so ist. Aber jetzt muss man ja sagen, diese Quali-Ergebnisse, wie du auch schon meintest, waren super knapp. Also ihr wart alle sehr eng beieinander, vor allem so diese letzten zwei, drei, die sich da noch qualifizieren mussten. Weißt du denn noch so, was du gedacht hast, als du diesen Vergleich dann gesehen hast intern? Ja, gut. Nach dem Sprint waren ja schon mal die Weichen so ein bisschen gesetzt, das hat sich halt herauskristallisiert. Ich glaube, dass der Phil da ziemlich stark war. Da war schon okay, wenn der jetzt keinen Mist baut, dann ist es da schon mal ziemlich sicher. Und dahinter war es dann ja insgesamt schon ziemlich eng. Also ich glaube, da war der Warnow gut dabei, Justus und dann kam ich und dann Hannes irgendwo noch in der Gegend. Also es war schon, es war klar, okay, bei dem Verfolger wird es richtig, richtig spannend. Aber man wusste halt, ne, Verfolger war nicht, Massenstörfer danach, genau. Aber man wusste genau, okay, wer war knapp vor mir, wer war knapp hinter mir, wen muss ich schlagen? Und dann war dieser Massenstart, da weiß ich auf jeden Fall noch, wie ich auf die Schlussrunde gegangen bin, gemeinsam mit Justus und Lukas und Simon knapp vor mir. Da wusste ich genau, okay, Simon war gestern knapp hinter mir, ich muss auf jeden Fall vor dem im Ziel sein, ansonsten wird es schon mal gleich enden. Okay, und Lukas war knapp hinter mir. Das heißt, wenn ich jetzt hinter dem reinkomme, ist nicht so schlimm, aber auf jeden Fall will ich trotzdem vor ihm sein und dann rechnet man da halt extrem viel. Und ja, als ich im Ziel war, war ich mir dann schon ziemlich sicher, dass es geklappt hat. Aber ich wusste schon, es war auf jeden Fall ein enges Höschen. Und ja, klar, dann war es natürlich auch auf jeden Fall hart für den Philipp, weil ich wusste, wie gut er drauf ist und dass er halt dann da eben im Schießen leider nicht das gezeigt hat, was er eben drauf hat. Das sind dann halt einfach echt immer Quali-Sachen. Okay, schafft Simon noch, nehmen sie einen Hannes mit. Philipp ist leider raus. Und ah ja, das sind nicht immer die schönsten Situationen im Sport. Das ist auf jeden Fall so. Wie kann man sich das denn vorstellen nach so einem Rennen, nach dem Massenstart? Dann machst du wahrscheinlich deine üblichen Sachen, ziehst du dich erstmal um oder so und dann geht es zurück ins Hotel. Und irgendwann fängt doch wahrscheinlich auch dieses Denken an, ja, wann erfahre ich jetzt, ich bin dabei oder ich bin nicht dabei? Wie ist diese Situation? Also beschreibt man, was macht man da auch so? Sehr spezielle Stimmung. Also normalerweise ist man ja relativ schnell, sag ich mal, im Austausch mit anderen. Bei einer Quali ist es immer so, okay, man weiß genau, man ist halt jetzt gerade eins zu eins Konkurrent, aber man ist auch Freund und man kennt sich und man weiß, und man fühlt mit mit dem anderen, wo man weiß, oh, der hat heute aber echt einen Mist gebaut oder Respekt, der hat es safe geschafft, dem gratuliert man halt direkt. Und bei allen, wo es halt eng ist, da ist dann so, ja, es knistert so ein bisschen, man ist angespannt und denkt sich einfach nur, oh, bitte lass die nächsten Stunden einfach echt schnell rumgehen, ich möchte jetzt hier eine Entscheidung haben. Und ja, und dann ist man meistens irgendwann auf der Hütte oder halt im Hotel und zieht sich um und dann hält man sich schon mal mit dem Ersten, der vielleicht auch knapp dran ist, was meinst du, wie schätzt es du ein? Und dann, ja, geht mal relativ schnell in diese Spekulationsphase rein, hat es geklappt, hat es nicht geklappt? Ja, für wen könnte es noch geklappt haben? Ja, da rechnet man, keine Ahnung, in einer halben Stunde gefühlte hundert Möglichkeiten durch, wie sie es jetzt am Ende machen und weiß genau, eigentlich hat man gar keinen Einfluss mehr drauf, man hat jetzt alles gemacht und eigentlich könnte man sich hinsetzen und entspannen, weil, ja, du kannst ja eh nichts mehr machen, aber es ist einfach nicht so, man ist da sehr, sehr aufgeregt, angespannt und dann war das dieses Jahr auch, ja, haben sie eben jeden da zum Einzelgespräch geholt, was ich grundlegend auch gut fand, aber das hat die Spannung einfach noch mehr erhöht, weil, keine Ahnung, ich war relativ weit hinten und wusste einfach nicht und, ja, gut, dann war Philipp schon vor mir und hat dann schon gesagt, in welche Richtung es grob geht, aber zwar, es ist auf jeden Fall immer eine spezielle Situation, wenn man es schafft, ist es vielleicht nicht so schlimm und dann ist es auch in Ordnung, aber wenn man es halt da eben nicht schafft, dann ist es auch, hatte ich auch schon oft genug im Sommer, ist es absolut einfach keine schöne Situation, ja, aber die wird es immer wieder geben, da müssen wir durch, das ist halt Teil unseres Jobs und, ja, wird im nächsten Jahr wieder so laufen. Ja, das stimmt, ey, aber dieses Einzelgespräch, das stelle ich mir schon krass vor, ne, kommt jetzt Philipp dann zum Beispiel raus und sagt dir dann, ja, bin ich dabei oder geht der einfach dann weg und sagt gar nichts oder wie läuft das ab? Ja gut, in dem Fall waren wir ja quasi auf den Hütten und jeder Einzelne wurde quasi in die Haupthütte dann hochgerufen, und die anderen, ich war mit Justus und Philipp quasi auf der Hütte, die anderen, die quasi schon davor waren, die habe ich natürlich gar nicht gesehen, die sind wieder auf ihre Hütte gegangen, aber Philipp kam halt dann dementsprechend und dann, ja, mein Gott, das sieht man halt auch irgendwo am Gesichtsausdruck, ob derjenige jetzt gerade zufrieden ist oder eben nicht zufrieden. Von dem her, wir sind da auch wirklich, sage ich mal, so gut befreundet, dass man sich da halt dann sofort unterstützt oder sich mit dem anderen freut oder halt mit dem anderen leidet und da habe ich dann schon gewusst, in welche Richtung es bei ihm ging, ohne dass er jetzt unbedingt was gesagt hat, weil klar haben die Trainer natürlich auch gesagt, wir wollen nicht mit jedem Einzelnen reden, also soll jetzt bitte nicht davor jeder alles dann den anderen schon sagen und das haben wir dann auch so gemacht, aber ja, grob konnte man es natürlich einschätzen. Ja, hört sich ja ein bisschen an wie in der Schule früher irgendwie beim Elternsprechtag oder sowas. Ja, aber wenn wir jetzt nochmal ganz rauszoomend, ja, also so ins große Ganze reingucken, dann sieht man ja trotzdem, dass ihr so läuferisch riesige Abstände zur Spitze hattet, also den Norweger vor allen Dingen und das ja zwei Wochen vor Weltcup-Start, wie gehst du dann danach auch in so eine neue Saison rein, wenn du das weißt? Ja, das war lustig. Oder auch eben nicht. Nee, man hat es versucht mit Geigenrumor-Gefühl zu nehmen, das war natürlich absolut beschissen, also da waren wir 0,0 konkurrenzfähig. Man hatte einfach irgendwie die Hoffnung, ja, wir sind vielleicht noch nicht volles Palett gefahren und irgendwie hat vielleicht die Abstimmung noch nicht gepasst, aber natürlich haben wir da auch schon direkt mit den Technikern gesprochen und in dem Moment haben sie mir tatsächlich eher so ein bisschen ratlos gewirkt, aber der Hopfi war da auch direkt auf der Matte und hat uns gesprochen, ja, heute haben wir Mist gebaut, also hat sich da sofort offen in die Kommunikation mit uns gestellt und das fand ich schon mal sehr gut. Wir hatten da schon auf jeden Fall Zweifel und hatten auf jeden Fall sehr Respekt vor dem ersten Rennen und ja, es gab ja dann auch gleich Diskussionen, ob die Norweger jetzt irgendwas ganz Spezielles gefunden haben und woran, was wir noch brauchen und da wurde halt relativ schnell natürlich dieses Flurverbot, so ein bisschen eine rote Karte für uns, wo wir gedacht haben, ach du Karina, das kann ja richtige, lustige Saison werden. Also wir hatten da sehr viel Bedenken und es war auf jeden Fall nach diesen zwei Rennen schon ein sehr häufiges Thema und gerade ja, wenn dann noch so jemand wie der Ole dann so tolle Wörter da raushaut, wie sehr lächerlich, was wir da betrieben haben. Ja, das war ein bisschen schwierig da, der Moment. Ja, glaube ich, aber du hast es schon angesprochen, dann kommt das erste Rennen, vor allen Dingen natürlich dann der Einzel, wenn man jetzt mal die Mixstaffel außen vor lässt, den Östersund, ja, und dann ist irgendwie ja wieder alles anders. Also ist das dann auch dieses eine Rennen mit Roman und dann Justus vor allen Dingen auf dem Podest, die Laufzeiten waren gut, wo man dann direkt weiß, ja, wir haben es doch wieder drauf? So oder, ja, unsere Techniker haben es wieder drauf. Also es ging nicht unbedingt quasi. Das wird jetzt dann auch noch, wenn wir später über die Gesamtbetrachtung der Saison sprechen. Falls wir das machen, ja, genau. Vielleicht greife ich da jetzt einfach schon mal vor, weil wir jetzt einfach die Skithematik haben. Ja. Ich hatte über die ganze Saison, wie jetzt auch in diesem Rennen, das Gefühl, es wird unfassbar schwierig, seine eigene Laufleistung einzuschätzen. War ich heute gut drauf oder war der Ski einfach so gut? Oder war ich heute schlecht drauf oder war der Ski einfach so schlecht? Und das ist jetzt im Nachbetracht für mich, für die Analyse der Saison, sehr, sehr schwierig gewesen zu sagen, in welcher Phase war ich jetzt für mich wirklich gut drauf und hat das Training funktioniert? Oder in welcher Phase habe ich einfach nicht gut trainiert und es hat nicht funktioniert? Und das ist mir komplett abhandengekommen dieses Jahr, weil gefühlt habe ich mich richtig gut gefühlt über die ganze Saison. Aber ja, die Leistungen haben einfach nicht so ganz dazu gepasst. Und da weiß ich einfach nicht, inwieweit da einfach der Ski dann einfach sehr, sehr häufig eine große Rolle mit reingespielt hat. Und da, klar, am Ende musste man es jetzt irgendwo umsetzen und die EBU hat es so vorgegeben. Aber das hat nicht so viel Spaß gemacht zum Teil, muss ich sagen, dieses Jahr. Natürlich, wenn man dann so wie am Anfang jetzt klar in dem Rennen einen Sieger und einen Zweiten hat und dann erholt sich der Phil noch das gelbe Trikot und der Nächste läuft und selber hat man ja auch gute Laufzeiten. Da denkt man sich, ja, mein Gott, haben wir gut trainiert. Was sind wir für Maschinen? Da sind wir auf einmal direkt bei den Norwegern dabei und können da mitmischen und ach, die Franzosen haben wir jetzt aber im kompletten Team auf einmal alle abgehängt oder haben die vielleicht gerade einfach nicht so gutes Material und sind deswegen einen Ticken weiter weg. Ganz schwierig, ganz schwierig. Also ich glaube auch für einen Zuschauer war es nicht immer so komplett einfach. Also ich war ja dann auch hinten raus in der Zuschauerrolle, wenn man dann zum Beispiel Soldier Hollow nimmt, Sprint der Frauen, wo die Beste irgendwie einen Laufrückstand von 9% oder so hat und die anderen zum Teil Richtung 15, 18%, wo man sich denkt, ja gut, die sind absolut nicht konkurrenzfähig, was machen die da überhaupt und am nächsten Tag hat die ganze Staffel der Deutschen die Beste aufzahlt. Dann denkst du dir, wie soll man denn das einem Zuschauer erklären, dass von einem auf den anderen Tag absolut nicht konkurrenzfähig zu bestes Team im Laufen. Dann weißt du halt genau, das lag nicht an diesen Personen, die an dem Tag da am Start standen, sondern es lag halt zu 70, 80% am Ski. Und das ist ein bisschen schwierig für mich und ich glaube nicht nur für mich, auch für andere, das Ganze dann halt zu betrachten, weil mit so einer perfekten Trainingssaison, wie ich jetzt quasi gemacht habe, da kann man in meinem Alter vielleicht nochmal ein halbes oder ein ganzes oder wenn es super läuft, anderthalb Prozent im Laufen irgendwie rauskratzen, um sich da zu steigern. Und so ein Ski hat gefühlt diese Saison, vielleicht strafen mich jetzt die Techniker lügen, aber gefühlt vier, fünf Prozent manchmal ausgemacht vom einen auf den anderen Tag. Und das kannst du halt nicht mehr trainieren. Naja, klar. Ja, da sind wir jetzt mitten in der Automatik, da kann man wahrscheinlich eine ganze Podcast-Folge komplett mit dem füllen. Da werden wir auf keine Lösung kommen. Um jetzt auf deine ursprüngliche Frage zurückzukommen, ja, wenn man dann natürlich im Vergleich Quali, erste Weltcup wieder sieht, dann war man natürlich auch, ja, das ist ja eigentlich gar kein Thema, wir sind doch mitten dabei, wir sind sogar deutlich näher an den Norweger dran wie im letzten Jahr. Ist doch alles super, heile Welt, perfekt. Es ist ein krasses Thema, aber es war auch mal krass zu sehen, wie stark dann die Unterschiede sind, wenn der Schi mal gut ist oder schlecht ist. Und dann jetzt auch noch mit diesem Flurwachsverbot sieht man ja auch am Ende so, wie die Zahlen deutlich weiter auseinander gehen. Also die besten Läufer haben sich so weit vom Feld abgesetzt wie nie zuvor, obwohl die vielleicht gar nicht so schnell waren, auch wenn man das mal auf die Spitze nur betrachtet. Also es ist schon verrückt, was da so passiert ist in diesem Winter. Ja, mal gucken, ob man da vielleicht nochmal umdenkt. Ich glaube es nicht, aber das wäre natürlich vielleicht so ein Gedanke. Ein Umdenken wird es, glaube ich, auch nicht geben. Also meine Hoffnung ist, es gab ja auch schon früher Regeländerungen und die, die schon länger dabei sind oder die Trainer, die das früher halt auch erlebt haben, haben auch gesagt, am Anfang waren halt dann die Lücken immer riesig und je länger diese Regeländerung war, desto mehr passt es sich dann ja wieder hoffentlich an. Das ist meine Hoffnung. Ja, ist die Frage, was waren das früher für Regeländerungen? Jetzt hat es auch ein bisschen was mit Geld zu tun und Know-how und so weiter. Also mal sehen, wie das da weitergeht. Aber lass uns nochmal zu diesem Einzelkommen hier in Östersund. Für dich ja vielleicht auch ein besonderes Rennen, weil im Vorjahr zum Auftakrennen im Einzel, da warst du noch Dritter, dein erstes Weltcup-Podest, damals in Contiolachti. Kam das auch bei dir wieder hoch, wenn es jetzt auf dieses Rennen auch zuging damals? Also wolltest du das vielleicht auch irgendwo wiederholen, dass du das dann auch wieder im Kopf so hast? Klar, also ich wusste, am Start bin ich gut drauf, die Quali hat wieder funktioniert. Klar ist Östersund nicht Contiolachti, aber der Skistand hat mir auch vor Ort gefallen. Wir hatten eben diese Skigedanken im Hinterkopf, aber haben sofort bei den ersten Läufern gesehen, wir sind voll dabei. Also das war dann auch raus aus dem Kopf. Natürlich wollte ich da ansetzen, wusste aber auch, ein perfektes Rennen macht man nicht alle Tage und das wieder genau im ersten Rennen war ziemlich unwahrscheinlich, dass es passiert. Aber ich wusste, ich bin gut drauf und ich möchte da natürlich wieder eine sehr ansprechende Leistung bringen und wusste, Einzel ist mein Ding und wollte da natürlich attackieren. Aber mich jetzt da besonders unter Druck gesetzt, habe ich auf jeden Fall nicht. Klar, ich war, es gab noch andere Sachen, wo ich ein bisschen unzufrieden war im Vorfeld, die ich vielleicht ein bisschen zu sehr in meinen Kopf habe reingehen lassen und dann ist der Einzel auf jeden Fall nicht so gelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe. Ja, ich glaube, der Sprint wahrscheinlich dann auch nicht im Anschluss, aber sicher doch der Verfolger, dann warst du isoliert, der Fürcht Beste an dem Tag in Oessersund. Man hatte jetzt auch diesen direkten Vergleich zum Vorjahr, wo du dann wirklich nach der ersten Woche, glaube ich, ja damals Fünfter im Gesamtwerkcup warst und du warst noch ziemlich locker letztes Jahr im Interview und meintest so, ja, ich habe hier dreifache WM-Normen geknackt, so, ich bin auf jeden Fall safe im Team dabei. Kannst du uns mal diesen Unterschied auch näher bringen, wie das jetzt hier in dir aussah, dann nach den ersten drei Rennen, Einzelrennen? Ja, da müssen wir direkt in den Sprint reingehen. Da hatte ich halt, also klar, Pech, Glück kann man immer so sagen, aber meiner Meinung nach hatte ich an dem Tag einfach auch echt richtig Pech. Liegend da, schießt die ersten drei Schuss und dann habe ich normal repetiert, also habe ich auch in den Kameras geschaut, es lag jetzt nicht an mir, kein Fehler, will abdrücken, passiert nichts, mach nochmal, passiert nichts. Also das ist quasi ein spezielles Problem, was sehr, sehr selten vorkommt, dass die Abziehklinke wieder runterrutscht, das kann aufgrund der Kälte quasi, es war sehr kalt da, passieren, ist mir so halt einfach noch nie passiert, keine Ahnung, was da los war, hatte da eine Schießzeit von über einer Minute, das heißt normalerweise, ich schieße eigentlich unter 30 Sekunden, aber jetzt sagen wir mal, ich habe da 30 Sekunden geschossen, ja, sind mir schön, 30 Sekunden flöten gegangen, war natürlich dann super aufgeregt, dann wussten sie nicht, soll ich die Ersatzwaffe zum Stehenschießen nehmen und so, das war eine unfassbare Hektik am Ende drin und wenn ich halt nur diese 30 Sekunden, klar, das ist immer, eigentlich macht man sowas nicht, aber in dem Fall machen wir es jetzt mal, die 30 Sekunden runtergerechnet ab, dann wäre ich halt auf einem ganz anderen Platz gewesen, wo man wirklich, ich glaube, da wäre ich Richtung Platz 20 oder so und wäre schon in greifbarer Nähe der halben Norm gewesen, also es wäre alles in Ordnung gewesen, sage ich mal, mit dem Sprint, der jetzt mit 1-1 immer noch nicht, oder 0-2 habe ich geschossen, auf jeden Fall 80 Prozent, immer noch kein guter war, ja, aber so war ich relativ weit hinten, Philipp hatte gleichzeitig im IBU Cup dermaßen geliefert und da stand ich direkt unter Druck und hat im Endeffekt, ich weiß nie, wie es wirklich offiziell war, aber ich habe es so ein bisschen durch die Blume mitbekommen, es wurde halt schon diskutiert, ob ich direkt nach dem Sprint schon ausgetauscht werden sollte, ohne dass ich im Verfolger noch die Chance habe. Nach dem Sprint in Östersund? Ja, also ich war nicht in den Entscheidungsgremien und ich weiß auch nicht, was es genau, aber so durch die Blume hatte ich das Gefühl, also es ist jetzt nichts, was hier ein Statement ist, dass es so war, aber ich hatte das Gefühl, okay, ich sollte eigentlich jetzt schon halb ausgetauscht werden nach diesen zwei Rennen und das war ein krasses Gefühl, schon so direkt, also ich war vom ersten Tag quasi unter Druck, wie es am Ende abgelaufen ist, weiß ich nicht, das werden auch nur Trainer und sportliche Leitungen wissen, auf jeden Fall, wurde sich dann nochmal wahrscheinlich dann für mich ausgesprochen und ich war komplett Vollgas unter Druck und wusste, in dem Verfolger muss ich jetzt maximal liefern, ansonsten bin ich relativ zeitnah schon raus, weil natürlich auch am Anfang gepredigt wurde, ja, wir sind dieses Jahr sehr offen, was tauschen ausgeht und das ist ja auch völlig in Ordnung und finde ich auch gut und Philipp hat die Leistung gebracht und hat einfach von unten gedrückt und da war alles klar, aber ja, okay, dann habe ich diesen Verfolger gehabt, geile Nettozeit, wirklich gutes Rennen und man sich halt dann denkt, ja, wenn ich halt dieses Problem im Sprint nicht gehabt hätte, dann wäre ich jetzt hier schön in die Top 10 gelaufen und alles wäre subidubi, hätte halbe oder vielleicht ganze Norm und dann wäre alles kein Stress. So bin ich genau 16. geworden, hatte keine halbe Norm und wusste, okay, gerade nochmal von der Schippe gesprungen. Es war jetzt nicht alles verkehrt, läuferisch war es gut über die ganze Woche, vielleicht nicht ganz so gut wie in Conteolachti damals, aber das wollte ich ja auch nicht von Anfang an diesen Peak haben, sondern ich wollte ja konstanter über die ganze Saison sein. Ja, im Einzelnen habe ich nicht gut geschossen, Sprint hatte ich Pech, Verfolgung war sehr gut, Staffel war auch gut, sind wir auch schön aufs Podium gelaufen. Also eigentlich, erster Weltcup in Ordnung, ist gut, aber schon unter Zugzwang, von Anfang an. Weil man aber halt dann natürlich auch sagen muss, Justus-Podium, Romann-Sieg, Phil-Sieg, Hannes hat genehmigt, es war halt einfach absurd, wie gut wir waren. Also man musste halt auch einfach sagen, in dem Moment, wir hatten so gute Ski, man musste halt in dem Moment absolut liefern oder man ist mit eigentlich gar nicht so schlechten Leistungen, aber halt einfach der Letzte im deutschen Team. Damit musste ich halt von Anfang an zurechtkommen, dass ich halt an Position 6 war und wusste, ich bin ab jetzt unter Beobachtung und unter Druck. War eine komplett andere Situation wie im Vorjahr. Also das nimmst du dann auch noch mit, in Hochfilzen mit rein, oder? Das hast du die ganze Zeit im Kopf. Absolut. Ich wusste ja, Gott, man schaut natürlich auch bei den anderen Rennen rein und man sieht, okay, Philipp liefert weiter, Philipp liefert weiter, Bock stark ist der Typ drauf und dann schieße ich da in Hochfilzen wieder 0-2 im Sprint, habe wieder einen Gurkensprint, wo man sich denkt, Junge, warum macht man denn sowas dumm ist? Also da war ich einfach wieder nicht gut. Klar, andere waren zu dem Zeitpunkt dann auch nicht mehr so gut drauf, aber die hatten halt diese Vorhergebnisse stehen, so wie es halt bei mir im Vorjahr war, weil in Hochfilzen war ich im letzten Jahr richtig mies, aber das ist halt dann einfach so, man hat diese Vorleistung stehen und das verstehe ich auch, aber dann, ja, wusste ich genau nach dem Sprint, ich stehe wieder auf der Kippe. Wenn ich jetzt nicht liefere, dann bin ich halt dieses Mal raus. Hab dann wieder in der Verfolgung sehr gut geliefert und bin da, hab mir die Top 15 geholt, halbe WM-Norm und hab schon gedacht, damit soll es doch eigentlich jetzt eigentlich ganz gut passen, aber ich wusste auch genau, Philipp war so gut, dass er eigentlich eingewechselt gehört. Ich weiß nicht, wie die Trainer entschieden hätten, wenn ich Roman gesagt habe, er fühlt sich gerade gar nicht gut und er würde jetzt aussetzen, was die Trainer am Ende gemacht hätten. Also die hatten halt sehr, sehr häufig dieses Jahr einfach Luxussituationen, weil sehr, sehr viele gut drauf sind. Da wusste ich natürlich nicht, in welche Richtung geht das jetzt hier gerade, aber ich war wirklich von Sprint in Östersund in jedem Rennen maximal unter Druck und das war anstrengend, aber das ist Leistungssport, dem muss man sich natürlich stellen, aber klar wünscht man sich natürlich manchmal auch ein bisschen mehr Vertrauen, aber das ist halt meine Athletenperspektive, aber ich verstehe natürlich auch die Trainer- und sportliche Leitungenperspektive, die natürlich allen die Chance geben will und sieht, okay, Philipp ist absurd gut drauf, dem müssen wir auf jeden Fall irgendwann die Chance geben. Ja klar, und jetzt muss man sich mal in die Norweger reinversetzen, wie das bei denen dann wahrscheinlich manchmal sein muss. Noch schlimmer. Aber um das auch nochmal hier zu erwähnen, du hast ja in Hofülsen im Verfolger auch wieder aus deutscher Sicht dann die beste isolierte Zeit gehabt, also hast dich da auch wieder stark gezeigt. Dann Lenzer Heide, Sprintverfolger, wahrscheinlich auch schwierig gewesen für dich, also mit dem Ergebnis dann bist du sicher auch nicht zufrieden, aber dann kommt ja dieser Massenstart, wo du dann Siebter wirst, also wieder bester Deutscher dann hier in dem Rennen und das ja auch mit einer Wahnsinns-Schlussrunde. Ich habe mir das nochmal angeguckt im Vorhinein, du hast ja da auf den letzten Metern noch Giacomel Rastogui, hast du einen Kratzsch mal abgezogen, auf der Runde auch noch Jacqueline und Fabian Klot stehen lassen, also was für Namen. Erzähl mal, was war da los auf der letzten Runde, was ging da ab? Gleiches wieder, muss ich vom Start anfangen beim Massenstart. Ich wusste, ich bin maximal unter Druck, eigentlich bin ich schon raus, Philipp hat dermaßen geliefert. Ich wusste, ich laufe gegen Philipp im Endeffekt. Der hat halt einfach Sahnetage gehabt, vielleicht auch ein bisschen deutlich mehr Glück in der Startgruppenwahl wie ich, das ist nochmal ein ganz anderes Thema, mit dem ich dieses Jahr auch nicht so ganz zufrieden war, aber das ist abgehakt. Auf jeden Fall wusste ich, ja, eigentlich muss ich jetzt aufs Podium laufen, ansonsten bin ich aus dem Weltcup raus. Es war schon ein krasses Feeling von Anfang an. Dann hat dieser Massenstart, bin ich Gott sei Dank sehr, sehr schnell rausgekommen aus diesen negativen Gedanken und es hat einfach richtig Laune gemacht an dem Tag. Es war geniales Wetter, es waren richtig schöne Bedingungen auf der Strecke, wir hatten mal wieder einen absoluten Sahneski, es waren einige Zobel-Ultras an der Strecke, die richtig Rabatz gemacht haben, wo auch einfach geniales Feeling war und dann von Anfang an mit 0-0 liegend einfach in einer Gruppe unterwegs gewesen, wo man gemerkt hat, okay, ich kann auch gar mal hier mit den Norwegern mitscheppern. Es hat einfach richtig Spaß gemacht. Klar, stehend, dann ein bisschen langsamer geschossen wie die anderen und 1-1. Und dann gehe ich aber auf die Schlussrunde und das erste, glaube ich, Robin, keiner, unser Physiator, hat mir zugerufen, Junge, es geht gerade um deinen Weltcup-Platz, jetzt laufen wir hier um dein Leben. Und ja, an dem Tag habe ich mich auch einfach richtig gut gefühlt und habe gesehen, okay, da vorne, den kann ich mitnehmen, den kann ich mitnehmen. Und es ist einfach leicht gefallen an dem Tag. Ich konnte wirklich zwei, drei aufholen, es kamen aber auch zwei, drei von hinten. Und ja, da habe ich mir einfach gedacht, Flucht nach vorne. Eigentlich bin ich im Sprint nicht wirklich der stärkste gewesen, aber das haben wir auch viel trainiert dieses Jahr. Geh es einfach mal von vorne an und dann fahre ich diese lange Abfahrt da in der Lenzer Heide runter und habe wirklich einige eingesammelt und wusste, ich liege gerade auf Platz 7 und dann sehe ich aber auf einmal, wie rechts eine Skispitze langsam ranfährt. Das war der Kritschmer. Dann habe ich gesehen, wie einer noch im Windschatten ist und einer auf einmal links an mir auch noch ranfährt. Das war, glaube ich, der Rasto. Da habe ich mir gedacht, ach du Scheiße, das wird jetzt aber ein lustiger Zielsprung. Und da habe ich die Abfahrt wirklich gut erwischt, die Kurve gut und dann war mir gar nicht, also ich habe mir die TV-Bilder danach nochmal angeschaut, aber ich war mir gar nicht bewusst, wie eng das da alles war, aber das war natürlich ein geiles Rennen, hat richtig Spaß gemacht und dann habe ich mir gedacht, geil, ich habe mir vorgenommen, dieses Jahr eben im Laufen konstanter zu sein, nicht nur am ersten Wochenende da gut zu sein und jetzt ist quasi am letzten Tag vom Trimester konnte ich nochmal läuferisch so eine Schlussrunde inlegen. Da wusste ich, okay, Training hat funktioniert, ich bin deutlich konstanter, es passt. Das hat mir ein sehr, sehr gutes Gefühl gegeben, auch wenn ich davor quasi mental schon eher ein bisschen angeknackst war, sagen wir mal, das war dann nochmal sehr, sehr schön. Ja, aber zu Recht, also echt Wahnsinn, diese Schlussrunde hier zum Abschluss, aber hat dir das nicht auch nochmal ein bisschen Hoffnung gegeben, dann doch noch dabei zu bleiben im Januar im Weltcup-Team? Naja, ich wusste, viel Spaß, liebe Trainer und liebe sportliche Leistungen, jetzt habt ihr natürlich richtige, absolute Luxussituation, weil es ist Trimester 1 beendet und wir haben 7 mit WM-Normen. Wann gab es das bitte mal? Also jeder, der quasi gelaufen ist, hat sofort WM-Normen gehabt, jeder hat gut geliefert, aber ja, ich wusste, die anderen 5 sind gefühlt unantastbar, weil sie halt Podium und Siege und gelbe Trikots und so Zeug hatten. Ja, ich wusste, es geht zwischen Philipp und mir und da wusste ich natürlich, ja, wenn wir ehrlich sind, war er halt an dem Wochenende besser. Er hatte halt 7, 12 und nochmal 11 und ich hatte halt Sprintverfolgung nicht so gut und hatte halt einen siebten Platz stehen. Ja, aber das ist so, vierte war er sogar im Sprint, genau. Also ich wusste einfach, ja, er war an dem Wochenende faktisch besser. Ich war auch richtig gut und ich war sehr zufrieden mit meiner Leistung, aber es ist halt Leistungssport, es ist halt extrem schwer quasi für mich im Kopf dieses Jahr gewesen, weil ich, ich war nicht unzufrieden, also es gibt natürlich immer Potenzial in meiner Leistung, aber ich war nach Trimester 1 praktisch nicht unzufrieden. Läuferisch hat besser geklappt wie im letzten Jahr. Ich hatte wieder meine WM-Quali, meine WM-Norm, ich hatte zwei Podien mit der Staffel, okay stehen, Trefferquote waren in Müh schlechter, aber liegend hat auch gepasst, ich habe dafür schneller geschossen, also eigentlich alles richtig gelaufen, aber die anderen waren dann einfach noch besser und das war sehr schwierig für mich, aber ja, da bin ich halt meistens recht ehrlich und da hat sich die sportliche Leitung plus Trainer definitiv schwer getan, da eine Entscheidung zu treffen und das hat mich dann auch ein bisschen genervt, sage ich mal, weil sie sich da relativ viel Zeit gelassen haben und ich das schon ein bisschen forcieren wollte, weil ich natürlich wissen wollte, wie soll ich mich jetzt auf die nächsten Rennen vorbereiten. Da habe ich immer gerne ein bisschen einen Klartext, es ist aber natürlich, die tun sich da auch extrem schwer, wenn man halt so viele Gute hat. Ich hatte natürlich die Hoffnung, dass sie irgendwie sagen, okay, wir lassen uns ein Konzept einfallen, wo du auf jeden Fall nochmal eine Chance hast. Da sind natürlich auch so ein paar Sätze gefallen, die mich so im Nachhinein einfach auch geärgert haben, die ich auch noch für mich analysieren muss, die kann man vielleicht mal kurz anreißen, wo sie halt einfach so Ideen hatten, wie ja, du im Ersten läufst den nicht, aber im Zweiten kriegst du dann vielleicht einen Einsatz oder ja, Richtung Antolz, da können wir dir auf jeden Fall nochmal was zusichern und so. Das geht halt einfach im Leistungssport nicht. Du kannst niemandem irgendwas versprechen, obwohl ich dann gleichzeitig da natürlich auch wieder gegen andere laufen muss. Werden wir jetzt dann gleich besprechen. Danilo, überragender Typ. Man kann halt dann nicht sagen, ja, du kriegst auf jeden Fall hier noch einen Einsatz, muss aber gleichzeitig ja noch gegen die anderen laufen und mich da ja erstmal wieder durchsetzen. Sowas war schwierig für mich diese Saison, das hat mich ein bisschen geärgert. Ich weiß, dass das auf jeden Fall nicht mit Absicht von sportlicher Leitung oder Trainern ist, aber das war für mich speziell in diesem Jahr sehr, sehr schwierig da mental damit umzugehen, weil ich häufig mit meiner Leistung zufrieden, bis gut war, aber halt am Ende dann nicht das Resultat bei rausgekommen ist, das ich mir gewünscht habe und zwar im Weltcup zu laufen und bei der WM dabei zu sein. Ich weiß nicht, ob es da eine perfekte Lösung gibt, aber das hat mich zum Teil ein bisschen geärgert. Klar, sehr schwierig, wenn man nur sechs Spots hat und wie du schon sagst, echt so starke Jungs dann am Start. Ich glaube auch echt, das ist für dich echt schwierig, dann da wieder zurück zu müssen und es war ja dann so im Januar, nach ziemlich genau zwei Jahren warst du zurück im IBU Cup und da habe ich mich mal gefragt, wie fühlt sich das denn an, wenn man da plötzlich wieder aufschlägt, wo man jetzt schon länger nicht mehr war? Ja, es ist Biathlon, es sind wieder Rennen, man ist natürlich ein bisschen demotiviert im ersten Moment, weil man, wie gesagt, gute Leistung gebracht hat. Das letzte Rennen war ein Siebter, man ist absolut konkurrenzfähig, auch im Weltcup, möchte da wieder zurück, aber man weiß, es ist halt einfach ein saustarkes Team und man muss sich halt einfach präsentieren. Das heißt in dem Fall, ja, Mattel und Ritnau und geniale Orte, auch wunderschön zum Laufen, die Zuschauer fehlen natürlich. Also das, muss ich sagen, ist halt im Weltcup, da gewöhnt man sich auf jeden Fall gerne dran. Es macht einfach Laune, vor so einem Publikum zu laufen. Klar, es ist weniger Aufmerksamkeit drumherum, was manchmal auch nicht schadet. Man kann sich da so ein bisschen entwickeln, ohne dass jetzt so viel Druck da drauf ist. Aber klar, man hat natürlich wieder den eigenen Anspruch, dass man wieder hochkommt, dass man da natürlich wieder Gas gibt. Mental ist es einfach eine andere Herangehensweise. Man ist nicht mehr da, wo man sein will, aber gleichzeitig kann man da genauso gute Rennen zeigen. Man weiß, die Norweger sind alle enorm stark da unten. Man kann sich da genauso weiterentwickeln und so muss man da am Ende herangehen. Mein Gott, der Sport macht mir halt unfassbar Spaß und ob ich das jetzt im IBU Cup oder im Weltcup mache, ist grundlegend, sage ich mal, eigentlich ja kein Unterschied. Ja. Wenn man es halt genau runterbricht, aber natürlich weiß man mental, man möchte natürlich woanders laufen, da hast du natürlich schon recht. Ja, aber lass uns mal bei dem Mentalen bleiben, weil ich glaube, das macht ja auch was mit der eigenen Erwartungshaltung, oder? Also geht man dann da rein und sagt so, ich komme aus dem Weltcup, ich war jetzt zwei Jahre auch nicht mehr hier, ich muss eigentlich jetzt immer aufs Podium laufen? Gleiche Frage habe ich mir auch gestellt wie du, wie gehe ich jetzt hier eigentlich am schlauesten Rand? Was ist jetzt mein Ziel? Ja klar, ich will wieder in den Weltcup, was muss ich dafür liefern? Natürlich muss ich am Ende aufs Podium laufen, also relativ klar, aber man weiß natürlich auch, okay, ich war jetzt da länger nicht mehr, man muss auch erst mal schauen, wie ist die Konkurrenz eigentlich so drauf? Was betreiben die alle so? Man muss sich erst mal wieder auch ein Stück weit zurechtfinden, von dem her habe ich jetzt nicht im ersten Rennen gesagt, Podium oder nix, also ich habe es dann, wie ich es häufig gemacht habe, wie ich es immer wieder versuche, einfach mich auf meine Leistung konzentrieren, also jetzt nicht mich irgendwie an Ergebnissen fix machen, sondern ich will meine Trefferquote haben, ich will läuferisch das und das schaffen, ich will mich hier weiterentwickeln und wenn ich das an dem Tag geschafft habe und das Resultat aber nicht stimmt, dann muss ich schauen, okay, warum nicht, aber dann bin ich zumindest mit meiner Leistung zufrieden, ich glaube, das ist immer ein recht guter Anhaltspunkt, wenn man sich einfach auf seine eigenen Leistungen am Endeffekt konzentriert und nicht nur auf die Ergebnisse schaut. Ja, wir hatten ja auch Philipp Horn mal hier zu Gast im Dezember war es, nachdem er dann wieder im Weltcup-Team war und den Lenzer Heide auch so abgeräumt hatte und er meinte, zu Beginn der Saison, als er dann im IBU Cup war, da hatte er so Angst, dass es nachher jetzt im deutschen Team so ist wie in Norwegen, weil ihr da eben so abgeliefert habt in Österreich und so und er da gar nicht mehr reinkommt, weil die eben so stark waren. Wie war denn das bei dir dann im Januar? Ja, klar, ich wusste natürlich, wir waren alle unfassbar gut drauf im ersten Trimester und ich wusste, es geht ja um den einen Platz hinten dran, da wusste ich genau, es geht entweder gegen Philipp, der extrem stark und gut drauf war im ersten Trimester im U-Cup wie Weltcup oder es geht halt darum, ja, wie wird der Roman drauf sein nach der Krankheit mit Corona und allem drum und dran und da wusste ich schon, es geht einfach nur um diesen einen Platz und es wird extrem schwierig, sich da wieder hochzukämpfen, aber gleichzeitig wusste ich auch, ich habe eine WM-Norm, also ich habe auch was stehen, ich habe auch was da oben, also die werden mich jetzt nicht komplett vergessen, also es war ja nicht so, dass ich rausgeflogen bin, weil ich schlechte Leistung gebracht habe, sondern einfach, weil die anderen noch einen Ticken besser waren und da kann ja ganz schnell mal was passieren, dass jemand krank wird oder solche Sachen, also ich wusste schon, es wird schwierig, aber ich wusste normalerweise, wenn alles normal läuft und ich jetzt weiter meine Leistung bringe, dann bin ich Ersatzmann Nummer 1 und das geht immer recht schnell, dass man dann da wieder reinkommt, habe ich natürlich nicht mit Zentanilo Vollmaschine gerechnet, aber also so vom Grundgrad quasi vor dem ersten EBU Cup hatte ich mir das so zurechtgelegt, krank wird schnell jemand, mal schauen, wie sie jetzt auch weiterhin performen, ich habe meine Leistung schon gezeigt, es ist auf jeden Fall die Möglichkeit, da wieder reinzukommen. Ja und dann, wie du schon sagst, kam Danilo und hat dir den Platz quasi ja weggeschnappt, ich denke, ihr versteht euch ja ganz gut, also wirst dich sicher auch für ihn gefreut haben, auf der anderen Seite ist es ja für dich dann auch irgendwie wieder so ein Tiefschlag, kann ich mir vorstellen, wo du dann sagst, ja gut, jetzt rückt mein Platz noch ein bisschen weiter weg oder meine Chance da nochmal reinzukommen. Auf jeden Fall, da sind wir jetzt auch wieder bei Pech und Glück, ich weiß, ich strapaziere das heute hier im Podcast ein bisschen über, aber ich meine, in meinem ersten Rennen in dem Einzel habe ich wirklich eine gute Leistung gezeigt, da kam dann diese super tolle Geschichte mit dem mit dem positiven Flurtest zustande, wo wir bis heute nicht wissen, woran das jetzt gelegen hat, dann kriegt man da noch eine tolle Zeitstrafe von der IBU, obwohl es die eigentlich verkackt haben in dem Moment und an dem Tag wäre quasi das Podium drin gewesen, hat dann quasi am Ende nicht geklappt, wo man sich halt dann schon fragt ist und der Tag hat wirklich extrem viel Energie auch mental einfach gekostet, weil ich war da völlig durch und bin da vielleicht auch im Startgarten etwas emotional geworden und da bin da beinahe an den IBU-Beauftragten angegangen, bei dem ich mich dann auch entschuldigt habe, aber das war, ja, da sind wir halt beim Pech gewesen, das war einfach sehr, sehr ärgerlich, wenn man da mit einem Podium rausgeht, ohne diese ganzen Spirenzchen drumherum, weiß ich auch nicht, wie es die nächsten Tage ausgeht, aber auf jeden Fall habe ich Danilos Leistung absolut, also was der da geliefert hat, ist halt auch einfach ein Höhentier, der kommt in dieser Höhe einfach immer so gut zurecht und hat gleichzeitig am Schießstand einfach brutal geliefert und hat da ja wirklich in jedem Rennen dann Podium rausgezogen und dann, da habe ich mich dann auch klar für ihn eingesetzt und gesagt, also da hat man sich einfach einen Weltcup-Einsatz verdient, da muss man sich dann immer selber ein Stückchen zurücknehmen, die Leistung vom Anderen respektieren und sich gegebenenfalls, wenn man den Kerl halt auch mag, auch mal mit ihm freuen, aber klar, wenn man dann natürlich wieder über sich selber nachdenkt, wusste ich genau, okay, klasse, erstes Wochenende, bin ich jetzt noch so halbwegs gleichmäßig wie er gewesen, wenn man den Einzelnen mal ein bisschen anders rechnen würde, aber dann in Riednau hat er natürlich, da habe ich ja auch, ich habe gute Rennen gemacht, ich war zufrieden, ich habe an den zwei Wochenenden 90% geschossen, ich war läuferisch vielleicht da nicht ganz so gut drauf, sage ich mal, wie die anderen zum Teil, aber auch wirklich noch auf einem guten Niveau, mache da meine siebte, fünfte Plätze, also normalerweise, was im IBU-Cup in den letzten Jahren immer gereicht hat, um wieder in den Weltcup reinzukommen und da hatte ich genau die gleiche Situation quasi wie nach dem letzten Trimester, nach dem siebten Platz, ich war mit meinen Leistungen nicht komplett zufrieden, ich habe nicht das absolute Optimum rausgeholt, aber es war gut, es war gut, bis zum Teil sehr gut und dann sitzt du wieder da, wertest du die zwei Wochenenden aus, denkst dir, okay, passt, eigentlich müsste es jetzt wieder Richtung Weltcup gehen, ne, da war noch ein Kollege da, der war einfach noch besser und ich wusste genau so gut, wie der Kerl gerade drauf ist, wenn der in den Weltcup kommt, dann macht er eben genau das und läuft halt da dann auch gleich auf den Siebten. Habe ich mich auch extrem für ihn gefreut, aber wusste ich, okay, klasse, cool, jetzt haben wir acht Leute mit WM-Quali, das wird natürlich immer einfacher für die Trainer, die Geschichte. War extrem schwer, da sind wir dann auch wieder bei der Sache, die ich vorher gesagt habe, da wurden dann viele Sachen besprochen und ja, und hier in Antols und da gibt es ja dann nochmal die Chance, ja, ja, dann hat eben Danilo diese Chance bekommen, die man so halb versprochen bekommen hat, wo ich eben genau wusste, warum verspricht man sowas, wenn dann halt am Ende ein Danilo halt einfach leistungstechnisch besser ist. Also ich akzeptiere das ja und ich verstehe das ja, aber so Sätze sind einfach manchmal halt mental dann einfach echt schwierig und dann gab es noch andere Geschichten, ja, der sechste Mann für die WM, das können wir auch noch auslaufen, ja, das ist nochmal eine andere Geschichte, ich glaube, das sollte ich jetzt hier nicht weiter ausführen, sonst verquatsche ich mich da, das lassen wir jetzt einfach mal dabei, aber das hat mich auf jeden Fall auch geärgert, weil es auch einfach dann nie zustande gekommen ist und ich möchte auch nie irgendjemandem was Böses und ich verstehe mich mit den Männern und mit den Kollegen super und ich komme auch mit Trainern und sportlicher Leitung, das passt alles, aber es ist aus meiner Perspektive, vielleicht geht es auch den anderen gar nicht, weil die das ja vielleicht gar nicht so gespürt haben oder beziehungsweise die saßen ja dieses Jahr einfach auf der anderen Seite, aber für mich war es dieses Jahr extrem hart, weil hatte ich so noch nie, Leistung passt, aber das Ergebnis stimmt am Ende nicht und das, aber ist auch eine Erfahrung, und die muss man vielleicht auch mal machen, die hat vielleicht nicht jeder gemacht, aber gibt es bestimmt auch andere Athleten, die jetzt gerade sagen, ja, das hatte ich auch schon, das kommt eben vor, da muss man dann die richtigen Schlüsse draus ziehen, da werde ich auf jeden Fall an mir selber auch arbeiten, mir da bessere Lösungen parat zum Legen, vielleicht hilft mir das ja dann für den nächsten Weg, für die nächste WM, für das große Ziel in zwei Jahren und dann war das vielleicht genau die richtige Erfahrung, die ich ja heute gemacht habe. Ich bin jetzt schon beim schönen Reden angelangt. Ja, hoffentlich, hoffentlich. Ja, man merkt schon so ein bisschen als kleines Vorab-Fazit, also du bist nicht ganz zufrieden mit deiner Saison oder wie es so abgelaufen ist, würde ich jetzt mal so zwischen den Zeilen herauslesen, aber lass uns noch mal kurz hier auf diesen verkürzenden einzelnen Mattel zu sprechen kommen, denn du hast schon diesen Flurwachstest angesprochen, der dann positiv bei euch ausgefallen ist, also bei dir und bei Simon Kaiser war es und das war ja das erste Mal überhaupt, dann ausgerechnet noch in Deutschland, also ein deutscher Test, der positiv war, ihr wisst selber nicht, woran es liegt, aber erzähl mal, wie läuft das ab, bringt ihr den Ski auch selber dahin und dann siehst du auf einmal rotes Licht und was passiert dann? Ne, das Prozedere läuft wie folgt ab, da haben unsere Techniker uns wirklich, die geben da Vollgas und haben uns da viel abgenommen, wir sind da ja in der direkten Wettkampfvorbereitung, wenn wir jetzt auch noch den Ski, wir wissen ja gar nie, wann der Ski genau fertig ist, weil das ist ja immer unterschiedlich und wann sollten wir jetzt da hinlaufen und den dann da hinbringen, also das machen die Techniker für uns und da das ja das erste Trimester nicht ansatzweise ein Thema war, also weil ja nie irgendwas positiv war, nehmen die quasi den Ski von der Wachskabine, wenn der fertig ist, bringen den zu dem Flurtest, geben den ab und dann war das Thema quasi durch, gab es noch nie Probleme, deswegen alles in Ordnung und dann stehen wir da im Startgarten und ich bereite mich auf mein Rennen vor und dann kommt einer von der IBU und sagt so, ja, hast du eigentlich schon mitbekommen, dass das dein Ski rot ist? Wie? Was? Ne, hab ich nicht. Eigentlich, also das offizielle Protokoll ist, die IBU testet das und wenn der Ski rot ist, dann muss sofort das Team informiert werden, weil man hat ja einmal die Möglichkeit, den Ski zu tauschen, aber um diese Möglichkeit zu haben, diesen Ski zu tauschen, muss man ja relativ frühzeitig Bescheid wissen, weil die müssen ja wieder das ganze Wachsprozedere durchmachen. Das war jetzt in dem Fall auch für die IBU natürlich das erste Mal, deswegen einen riesigen Vorwurf will ich ihnen jetzt nicht machen, aber von dieser positiven Kontrolle in dem Fall, der Ski ist nicht flurfrei, bis wir haben Bescheid bekommen, sind glaube ich 20, 30 Minuten vergangen und da frage ich mich, was ist in diesem Zeitraum passiert? Aber klar, es war das erste Mal, wollen wir ihnen jetzt keinen Vorwurf machen, alles gut, auf jeden Fall ist es viel zu spät, im Endeffekt bei unseren Technikern wieder gelandet und wir haben dann halt auch so halb, ja, einfach im Startgarten da Bescheid bekommen, das ist ja wie, okay, keine Ahnung, was passiert jetzt eigentlich? Wusste aber auch, ich will mich ja wieder für einen Weltcup empfehlen, wenn ich jetzt hier das Rennen nicht laufe, dann kann ich mich ja nicht empfehlen. Ja, war kein Ski da, war kein Ski da, was machen wir jetzt? Und dann, ja, ratert es natürlich im Hirn und dann habe ich gesagt, hier Kollege, gib mir den Ski, ich laufe außer Wertung, ist mir egal, gib mir jetzt den Ski. Nee, kann er nicht machen. Ich will jetzt den Ski hier haben. Du stehst halt voller Spannung, du willst jetzt ein Rennen laufen, bist voll vorbereitet und das geht nicht. Also sowas hatte ich halt noch nie, die Situation. Simon, das Gleiche, der ist ein bisschen anders damit runter umgegangen, ich glaube, der ist gefühlt runtergefahren, der war, der war kreidebleich und war irgendwie so, hä, was ist das jetzt hier? Und ich war ja so der andere Typ und habe halt dann Stecken rumgeschmissen und habe gesagt, fuck off, was ist das hier für eine Kacke? Ich will jetzt diesen Ski haben, C fix, das gibt es doch nicht. Ja, bin da halt ein bisschen emotional geworden. Dann hat es auf einmal geheißen, ja, du hast jetzt einen Ski. Ja, jetzt habe ich einen Ski. Okay, dann schnell den Ski angeschnallt. Start habe ich natürlich verpasst. Das heißt, die Zeit läuft ja dann auch schon. Genau, die Zeit läuft schon und ich bin quasi zu spät gestartet und weil die IBU ja so eine tolle Regel hat, hat sie dann gesagt, ja, du hast ja den Start verpasst. Das war zwar wegen uns, aber du kriegst nochmal 30 Sekunden Zeitstrafe obendrauf, weil du hast ja den Start verpasst. Da denke ich mir, ja, okay, das hätten wir sich vielleicht wenigstens an den Tag schenken können, aber in Ordnung. Und ja, dann ist mal das Rennen noch gelaufen und dann natürlich die Geschichte danach, die ist ja natürlich erst richtig heiß geworden, weil er wusste ja nicht, ja, unser Techniker hat gesagt, der hat ja alle Ski so gewachst, alle sechs und nur bei zwei schlägt es an. Also, wie kann es sein? Dann hat er hochgefunkt an die Techniker im Weltcup, was er gewachst hat. Die haben das Gleiche probiert, haben es auch ausgetestet, weil die haben ja quasi die gleichen Produkte. Ist nichts angeschlagen. Ja, aber dann steht man halt ganz schnell unter Generalverdacht. Ich glaube, da hat unser IBU Cup Techniker auch wirklich einen bescheidenen Tag gehabt. Da wurde viel telefoniert und ja, es war kein schöner Tag. Man hat halt da unseren Techniker unter Generalverdacht gestellt, uns unter Generalverdacht und ja, am Ende, wir wissen es nicht genau, das ist jetzt einfach meine Meinung und eine Behauptung von mir. Ich glaube, an dem Tag hat diese Messung einfach nicht funktioniert. Was halt sau bescheiden war, ist, dass die Messung wahrscheinlich von mir und Simon halt genau hintereinander war. Wir hatten ja auch Nummer 8 und 9. Mich würde halt sehr interessieren, wenn an dem Tag halt, ich weiß nicht genau, wie das Testprozedere ist, ob die wirklich nach Nummern gehen oder ob die halt einfach das Team dann durchscannen. Aber mich hätte es interessiert, wenn nach mir oder, ich weiß nicht, ob Simons Ski zuerst getestet wurde, wenn dann ein anderer Ski gekommen wäre, von einer anderen Nation. Vielleicht wäre da dann positiv gewesen und dann wäre es halt nicht Deutschland gewesen, sondern dann wäre es halt einfach klar ein Messfehler gewesen. Ja. Ist müßig, kann man nicht mehr ausklamüsern, aber das war natürlich, da war sehr viel Hektik an dem Tag und das war nicht schön. Ja, das gibt natürlich zu denken, wenn man das jetzt so hört, wenn das Messprotokoll dann nicht irgendwie richtig funktioniert oder so. Aber am Ende bist du ja trotzdem mit zwei Fehlern dann noch siebter geworden, plus Zeitstrafe, plus späterer Start. Also das wäre, glaube ich, ein ganz gutes Rennen hier geworden. Aber David, lass uns mal einen Schritt weiter gehen. Letztes Jahr noch WM in Oberhof und dieses Jahr Europameisterschaft in Bresne-Ossabli. Und ja, man muss sagen, für Deutschland ging nicht so viel bei dem Wetter da. Aber war es nur das Wetter oder woran hat es da gelegen? Ja, lässt sich jetzt immer schwierig sagen. Also meine Leistung an dem Wochenende war schießtechnisch nicht gut genug. Das ist Fakt. Das können wir einfach mal so stehen lassen. In der Staffel war es grottenschlecht. Im Einzel war es nicht gut. Im Sprint auch. Ja, Schießquote stehend war einfach an diesem Wochenende nicht gut genug, um da gute Leistungen zu zeigen. Das ist ein Fakt. Das nehme ich auf meine Kappe. Und dann sind wir beim Thema Ski. Und da waren auf einmal alle von uns. Also ich meine, das war ja nicht nur ich. Also wir haben uns alle unterschiedlich auf diese WM vorbereitet. Jeder hat sich gut gefühlt. Ich meine, wir hatten die Vorvergleiche an den Wochenenden davor. Da waren wir läuferisch dabei, wenn nicht sogar mit vorne dran. Und auf einmal sind wir so weit hinten. Die Norweger sind vorne und dann sortieren sich Franzosen, Tschechen und weiß der Geier, wer alles auf einmal vor uns im Laufen war. Wir haben an dem Wochenende, klar, also vor allem die Männer, die Frauen haben ja gut geschossen. Die können sich gar nichts ankreiden lassen. Aber wir als Männerteam haben an dem Wochenende auch schlecht geschossen. Aber so weit, wie wir hinten waren, lege ich mich fest, waren wir einfach im Skimaterial nicht dabei. Und das war halt komischerweise das erste Wochenende, wo nasse Verhältnisse waren, wo es halt einfach schwierig war. Ja, das stimmt. Das kann man nicht anders sagen. Was ich mich jetzt noch gefragt habe, jetzt bist du dann eben im letzten Jahr bei der Weltmeisterschaft gewesen und jetzt dein Europameisterschaft. Hat man da überhaupt Bock auf so eine EM? Ist halt auch wieder die Herangehensweise. Aber ich habe mir klar gesagt, ich habe noch keine EM-Medaille und Großereignismedaille ist Großereignismedaille. Da habe ich Bock drauf. Natürlich ist es jetzt nicht das Ziel, was ich mir dieses Jahr rausgeschrieben habe. Das war natürlich die WM in Novemesto. Aber ja, man muss halt seine Ziele dann auch manchmal einfach dementsprechend anpassen. Also ich habe es ja schon gesagt, bis dahin war ich mit meiner Leistung grundlegend zufrieden. Das war absolut in Ordnung, aber andere waren halt einfach besser. Und das ist ja das, was ich gesagt habe. Man muss halt dann seine eigene Leistung beurteilen. Mit der war ich zufrieden. Und dann muss ich halt aber einfach an einem anderen Ort dann meine Ziele erreichen. Und mein Gott, eine EM-Medaille wäre schon auch was Feines gewesen. Da hatte ich auf jeden Fall Bock drauf. Natürlich ist jetzt Ossepli nicht gerade der schönste Ort, aber es war auch schon immer ein ziemlich erfolgreicher Ort für uns. Also da habe ich auch häufig gute Leistungen gezeigt. Und von dem her bin ich da mit voller Motivation reinmarschiert und hatte richtig Bock, ja. Hört sich ja schon mal gut an, aber klar, wie du schon sagst, so die EM-Medaille ist es dann am Ende nicht geworden. Jetzt war es ja auch allgemein so im IBU Cup, dass die Norweger schon immer ja sehr stark waren. Dieses Jahr vielleicht so stark wie nie zuvor. Also die haben ja das Ding wirklich bodenlos schon fast dominiert hier. Wie geht man denn damit um, wenn man da einfach nicht wirklich zwischengrätschen kann und die da vorne ja teilweise zu sechst wirklich landen? Wirklich. Hat keinen Spaß mehr gemacht. Also man hat eigentlich jedes Mal gesagt, Alter, nerven die. Nee, es war, man muss einfach sagen, die sind halt auch einfach saugut, aber man muss es halt auch einfach wieder relativieren. Man hat gesehen, bei kalten Bedingungen, gerade in den ersten IBU Cups, Philipp immer wieder mit reinmarschiert, mitten in die Fallangst der Norweger. Simon hat ein Ding gewonnen, auch später noch ein gutes, ich glaube am Aber, nochmal Podium gemacht. Danilo war die ganze Zeit mitten unter den Norwegern. Bei mir hat es ein paar Mal geklappt. Also wir waren dann schon irgendwie dabei, aber gefühlt waren wir halt dieses Jahr die einzige Nation, die irgendwie da mithalten konnte und immer nur, wenn es kalte Bedingungen waren. Und dann bin ich halt wieder beim Thema, ja, warum sind die dieses Jahr so, so viel besser wie alle anderen? Ist halt am Ende leider das Skithema und dann muss man das halt einfach ein bisschen relativieren. Man muss sagen, okay, die sind gut. Man muss ja auch mal sagen, die schießen ja auch einfach unfassbar gut. Also da muss man sich auf jeden Fall ein Beispiel dran nehmen, mit welcher Konstanz und wie gut sie allgemein einfach schießen. aber man muss es auch ein bisschen relativieren bei der Laufleistung und sagen, okay, sie haben halt auch einfach wirklich das beste Material. Ja, ich glaube nicht, dass es nur das Material ist bei denen. Man hat es ja auch in den Vorjahren gesehen, dass die sehr, sehr stark sind und ich weiß auch nicht, was die da richtig machen oder wie auch immer, aber das ist ja krass, wie viele da auch nachkommen. Ja, es ist halt auch einfach eine Riesenkonkurrenze. Sie haben halt auch einfach so viele Gute und man hat ja auch einfach in Obertillach gesehen, wo dann mal welche krank waren oder wo die zwei noch mit in den Weltcup, da kommen halt dann einfach andere, Aspenes und Co. Und die sind halt genauso gut. Also die haben einfach richtig, richtig starke Leute im Moment. Und da sind wir auch wieder beim Wissenschaftsthema. Wir haben uns dann schon auch, gerade in Obertillach waren wir ja schon ein bisschen früher und sind auch viel mit den Norwegern unterwegs gewesen und uns mit denen unterhalten. Die sind halt alle extrem fit, was Trainingsteuerung, Training allgemein angeht. und die wissen einfach Bescheid und die wissen einfach, sie müssen ihr Maximum rausholen, sonst haben sie keine Chance auf Weltcup. Da merkt man das halt einfach. Das ist schon cool und das muss man ja jetzt auch bei uns sagen, dass wir jetzt, wir sind noch lang nicht in einer Norwegen-Situation, absolut nicht, aber dieses Jahr muss man schon sagen, das Männerteam in der Breite mit, sag ich mal, acht Leuten, die die WM-Norm geschafft haben, das macht schon auch Laune. Also da können wir uns auf jeden Fall auch gegenseitig jetzt mal richtig ärgern und da Gas geben weiterhin. Also das will ich auch nicht kleinschreiben. Klar, Norwegen ist wirklich on top, aber wir sind auf dem Weg. Ja, ich glaube, Julia King hat es uns mal erzählt, dass sie das auch im Internat schon gelernt hat mit der ganzen Trainingssteuerung und Planung und so weiter und da dann auch selber so das Gefühl für bekommen hat und ich glaube, das ist in Deutschland ja nicht so der Fall. Aber David, lass uns mal drüber sprechen. Es gibt ja im Weltcup die berühmten Abschlusspartys, Ende des Winters. Gibt es sowas auch im IBU-Cup? Könnte es eventuell geben, ja. Ja, wir können uns ja nicht vorstellen, was da so abgeht. Erzähl mal, was passiert da? Ja, dieses Jahr war das tatsächlich sehr speziell im IBU-Cup, weil Robert Tilliach ja quasi dieses Doppelwochenende zum Schluss hatte und die haben sich dann nicht lumpen lassen, muss man schon sagen und haben halt da Bock drauf gehabt und haben dann wirklich ein ordentliches Festzelt hingestellt mit übers ganze Wochenende schon Programm. Natürlich konnten wir übers Wochenende das noch nicht genießen, da waren halt eher die Zuschauer und vielleicht mal die Trainer oder Techniker auf ein Bierchen, aber wir hatten ja noch Rennen und wir wussten, wie hart die sind, also da ist davor auf jeden Fall nichts gegangen. Aber klar, am Abschlusstag haben wir uns dann natürlich schon gesagt, natürlich gehen wir jetzt ins Festzelt und ich glaube, es haben auch einige mitbekommen, die Zobel Ultras waren in Obertillach sehr stark vertreten und haben richtig, richtig geliefert da vor Ort. Also der Fanclub ist glaube ich bei allen IBU-Cup-Läufern da sehr in Erinnerung geblieben und dann, ja, was gibt es Schöneres wie mit Kollegen, Kollegen, die eigentlich die Freunde sind und dann noch mit meinen Freunden von den Zobel Ultras da schöne Abschlussfeier zu machen und von dem her meine ich, war es speziell, weil normalerweise so Abschlussfeiern schon eher nur im Sportlerkreis eigentlich stattfinden, weil wir meistens halt an Orten sind, wo, ja, in Obertillach ist normalerweise auch eigentlich nichts los. Das heißt, da hat man sich halt im Sportlerkreis irgendwie zusammengehockt und sich einen schönen Abend gemacht, aber in dem Fall war es halt wirklich da war ja, wo die überall die Leute her geschattelt haben, also da ging es wirklich richtig zu, da war die ganze Dorfjugend von Obertillach da und vom ganzen Umkreis und das war... Also da konnte jeder rein oder was? Das war ganz normales Festzelt, ich glaube, da hat man irgendwie drei, vier, fünf Euro Eintritt gezahlt für den DJ halt und das war wie bei uns Stadelfest, Kirmes, wie man bei euch sagt oder... Ja, einfach wie ein Festzelt, war wirklich... Ich glaube, der Ö3-DJ hat aufgelegt, hat da richtig Betrieb gemacht, das war mal eine andere Abschlussfeier, das war einfach wie eine ganz normale Feier, das muss jetzt jeder kennen. Drei bis fünf Euro Eintritt kenne ich auch noch aus 2010, also da ist ja wahrscheinlich immer noch diese Zeit, aber nice. Ja, theoretisch hätte die Saison für dich ja noch länger gehen können, also es war ja noch ein Weltcup-Spot frei für die USA und auch für Kanada, da frage ich mich natürlich, warum hat man dich denn nicht mehr mitgenommen oder so? Du hast die WM-Norm im Dezember schon geknackt, also warum sagt man dann nicht, hey, den David, den packen wir auch noch ein, wir haben ja noch einen Platz. Wieriges Thema, da werde ich, da bin ich jetzt gewollt zu sagen, kein Kommentar. Nee, klar, also wir hatten diese drei Wochen frei, während die Weltmeisterschaft in Novemesto gelaufen ist, man wusste, es wird jetzt ganz schwierig, sich noch irgendwie in den Weltcup rein zu qualifizieren, aber man hatte halt schon von dem Gerücht gehört, hier, die IBO lässt zwei zusätzliche Startplätze schon früher frei, also für beide Übersee-Weltcups und dann denkt man sich, okay, dann macht es ja Sinn, weil uns war bewusst, wenn es nur der letzte ist, dann wird der DSV die Kosten, ja, sich schon genau abwägen, ob das überhaupt Sinn macht und dann bereitet man sich da vor, hat diese drei Wochen Training und wir hatten ein Ziel, wir wollten uns so pushen in Obertiljach, um uns da nochmal geile Leistung zu zeigen, um uns dafür dann zu empfehlen. Da ist dann wieder eine der schwierigen Sachen vorgefallen und aus dem Blauen hat man erfahren, Danilo ist eh schon fix, der ist egal, was da vor Ort passiert, ist wiederum mit den Leistungen, die er gezeigt hat, absolut in Ordnung. Auf der anderen Seite hat man das bei mir ja nie so fix gemacht, also ich hatte ja auch den siebten Platz stehen, man hätte ja auch mal sagen können, du kriegst fix den Platz, egal was du für Leistungen bringst. Bei Danilo war es jetzt eben mal andersrum, das hat auch alles irgendwie Gründe gehabt, das will ich gar nicht in Frage stellen, dann wusste man aber trotzdem, ja okay, aber ein Platz ist ja eigentlich noch frei, um den wird man sich natürlich bemühen und dann, ja, weiß ich nicht, Kommunikation und alles immer da ein bisschen schwierig, auf jeden Fall ist es am Ende nicht so gewesen. Ich hätte mich sehr gefreut, klar kann man natürlich immer sagen, ja, ich war läuferisch zu schlecht drauf, aber es war auch keiner vor Ort, um zu wissen, was für Ski wir in Obertiljach hatten und natürlich, klar, in Übersee hatten sie auch häufig dann eher nicht so gutes Material, kann man sich fragen, hat es sich überhaupt gelohnt, mit da rüber zu fliegen und dann da eh nur hinterher zu laufen, weil es war dann doch auch schwierig für die deutsche Mannschaft da eh vor Ort, aber ja, ich trainiere das ganze Jahr, um auf der höchsten Ebene Biathlon zu machen und das ist der Weltcup und da möchte man dabei sein und wenn es dann eine Chance dafür gäbe, dann möchte man die sehr, sehr gerne wahrnehmen. Ich weiß nicht, das ist es ja auch gerade, oder, dass du halt vielleicht dann ein oder zwei gute Rennen zeigst und dich damit auch wieder empfehlen kannst fürs nächste Jahr. Die Chance willst du sicher ergreifen. Genau, das können wir so jetzt stehen lassen. Das ist schade, aber so ist es. Ja, ich denke, über das Fazit müssen wir ja gar nicht mehr so viel sagen. Man hat es schon so ein bisschen rausgehört die ganze Zeit. Letztes Jahr noch die komplette Weltcup-Saison, 39. jetzt diesmal im Gesamtweltcup, 11. im IBU-Cup. Hast natürlich jeweils auch ein paar Rennen verpasst, muss man dazu sagen. Jetzt hast du am Anfang ja ganz am Anfang gesagt, dein Plan ist nicht so wirklich aufgegangen mit dem Training oder so. Was hast du damit gemeint? Nee, also mit dem Training nicht. Mein Plan für die Saison ist quasi nicht aufgegangen. Also mit der Trainingssaison quasi bis zur Quali und mit erstem Trimester bin ich mehr wie zufrieden. Also ich habe ja gesagt, es ist extrem schwierig für mich jetzt meine Laufleistung in dieser Saison zu bewerten, zu sagen, hat das Training so gefruchtet, wie ich es gemacht habe? Weil ich habe mich gut gefühlt, wenn man jetzt zum Beispiel diesen Massenstart in Lenserheide rausnimmt. Das letzte Rennen in so einem langen Trimester war sehr, sehr gut. Wenn man jetzt die ersten Rennen nach dem neuen Jahr nimmt, war ich läuferisch auch sehr, sehr gut. Ja, nicht sehr, sehr gut, da war ich noch gut, sage ich mal. Also da war es in Ordnung. Und dann, wo meine Phase normal kommt, wo ich hier hinten rausläuferisch die letzten Jahre, okay, im letzten Jahr nicht, aber die Jahre zuvor immer meine beste Phase habe, ging dieses Jahr gar nichts. Aber man muss sagen, ab da war es warm und ab da hatten wir kein gutes Material. Und das ist halt jetzt für mich extrem schwierig zu sagen, langsam Training, hätte ich was anders machen müssen, habe ich in der Saison vielleicht irgendwie nochmal irgendwie ein paar falsche Spitzen gesetzt, habe da zu viel trainiert, zu wenig trainiert. Da, wie gesagt, habe ich mir jetzt selber schon viele Gedanken gemacht, aber ich werde mich da jetzt auch nochmal mit Fipser und Hannes und Co. zusammensetzen und nochmal sagen, was die dazu sagen. Aber ich bin faktisch mit meinem Training sehr zufrieden gewesen, habe da richtig Spaß gehabt, werde da definitiv in die Richtung weitermachen, wenn dann geht es um kleine Sachen, wo man nochmal ein bisschen justieren wird. Aber mit dem Training war ich nicht zufrieden, mit dem Resultat der Saison, äh, mit dem Training war ich zufrieden, mit dem Resultat der Saison, das ist ein anderes Thema. Das heißt aber, du könntest dich doch sicher auch intern vergleichen, dass du da guckst, wo stehe ich jetzt im Vergleich zum letzten Jahr oder so oder auch in den Rennen, wo du dachtest, du bist gut drauf, wo stehe ich dann im Vergleich zu den anderen aus meinem Team und dann müsstest du doch ungefähr so einen Anhaltspunkt haben, oder? Klar, Deutschland, stimmt, da hast du natürlich recht, das habe ich natürlich auch. Da weiß ich, die Klassiker hier, Benni, Phil und Hannes, die waren einfach immer schon in Mühe, einfach auch läuferisch besser, war einfach so. Da hat man, als ich den Vergleich noch hatte gesehen, okay, Hannes hat jetzt vielleicht, da war ich noch einigermaßen dran, die anderen zwei waren dieses Jahr läuferisch auch wieder einfach deutlich besser. Dann den Vergleich mit dem Justus hatte ich natürlich im letzten Jahr komplett, den hatte ich dieses Jahr auch wieder. Ich meine, der Kerl ist natürlich bester Schütze im Weltcup, der wird deswegen auch Top 15 Gesamtwertung, aber da war ich immer in Mühe besser im Laufen, manchmal war er es besser, also das war eigentlich auch wie im letzten Jahr ziemlich vergleichbar, würde ich sagen. Interessant wäre es natürlich da gewesen, hinten raus in der Saison, da hatte ich dann aber keinen Vergleich mehr zu ihm. Philipp ist meiner Meinung nach die letzten Jahre immer eher schon unter seinen Erwartungen geblieben, also der hat deutlich mehr noch drauf, der hat dieses Jahr halt einfach wieder gezeigt, was einfach in ihm steckt, da hat er mich definitiv überholt im Vergleich zum letzten Jahr, auch wenn ich gerade, ich hatte nur die Quali und den einen Weltcup vergleicht zu ihm, aber der ist definitiv schneller gelaufen wie ich. Dann sind wir bei Danilo, der Typ hat unfassbares Talent, unfassbares Potenzial, was er in den letzten Jahren halt nicht ansatzweise ausgeschöpft hat und der war ja auch bei euch, hat er erzählt, habe ich auch gehört, was er alles abgenommen hat und wie viel er da investiert hat. Ja, der hat halt einfach dann diesen Riesenschritt jetzt da gemacht, der war definitiv auch besser. Ja, und dann ist der Vergleich, klar, die sind halt einfach, die sind über mich gesprungen, die sind halt einfach an mir vorbeigelaufen, deswegen war ich jetzt im IBU Cup und dann hatte ich im IBU Cup natürlich den Vergleich mit Lukas und Simon und da war es, mal waren sie besser, mal war ich besser. Wie du halt immer sagst, unser Team ist halt schon relativ nah einfach beisammen und da ist es halt einfach schwierig, das zu beurteilen, hat das Training jetzt funktioniert, hat es nicht funktioniert, hat der andere einen größeren Schritt gemacht, der andere weniger einen großen Schritt. Eigentlich ist der Vergleich im Weltcup schon oder im IBU Cup halt besser. Bin ich näher an den anderen Nationen dran, bin ich im Schnitt besser und ja, wenn ich da halt die Laufprozente anschaue, die habe ich natürlich angeschaut, war ich im Weltcup besser wie im letzten Jahr, aber ich habe halt auch hauptsächlich die Rennen gehabt, wo gute Ski waren. Lag es wieder am Ski oder nicht? Ganz schwieriges Thema, also ich bin da noch nicht so richtig im Grünen mit mir, um da zu sagen, hat es jetzt funktioniert. Aber du hast da auf jeden Fall einen Punkt auch, klar mit dem internen Vergleich, gerade hinten raus in den letzten Rennen, wo dann doch eher häufig, vor allem Simon, mich einfach läuferisch geschlagen hat, der aber halt auch einfach gut trainiert und einfach wirklich guten Sprung im Laufen gemacht hat. Kannst du dir nicht sagen, du siehst, ich schwimme da noch ein bisschen. Ja, es ist auch läuferisch echt ein gutes Team, also das kann man auch nicht anders sagen. David, mich interessiert noch deine Meinung dazu. Es gibt ja eine neue Regel im IBU Cup und zwar erhält der Gesamtsieger ja nicht mehr dieses persönliche Startrecht für den Weltcup dann in der Folgesaison, sondern die Nation. Was sagst du dazu? Tatsächlich, also wir haben uns erst mal gefragt, warum der Botten nicht den ersten IBU Cup zumindest noch wahrnimmt und dann haben wir eben von den Norwegern gehört, ja, es ist eben nicht mehr persönliches Startrecht, deswegen hat sich das erklärt für uns. Wir haben da auch schon diskutiert, ich glaube, die klarste Meinung hat da eindeutig Lukas, der sagt, ich habe mir das selber erkämpft, den Platz nicht kriegen. Eben. Ja, verstehe ich ihn Lukas auch völlig und bin auf jeden Fall auch auf dem Trichter in der Meinung, aber dem Verband lässt es halt mehr Spielraum und es ist halt die Frage in dem Moment, ob man das da übers Bein brechen muss, wenn der halt im nächsten Jahr dann irgendwie, keine Ahnung, verletzt war und einfach nur dann da startet, um da starten zu können. Schwierig, aber auf der anderen Seite, gerade in so einem Team wie halt bei den Norwegern, wo du dir das halt über eine geniale Saison erarbeitet hast und dann vielleicht in zwei Quali-Rennen nicht so lieferst, dann quasi diesen Lohn, den du dir dem ganzen letzten Jahr erarbeitet hast, in zwei Rennen wieder zu verlieren und irgendjemand anders profitiert dann davon und ich meine, wir wissen ja, wie gut die Norweger sind, das heißt, die Sieben, die da nächstes Jahr am Start stehen, die werden natürlich gleich wieder liefern und dann kommst du von unten wieder gar nicht mehr rein. Also als Norweger würde ich wahrscheinlich eher so als jetzt Overbill, gut, eigentlich hätte es wahrscheinlich ja der Botten geholt, würde ich schon eher so ein bisschen, boah, finde ich nicht so geil, glaube ich. Ja, sehe ich ähnlich wie du, aber gut, ist jetzt so und muss man mit klarkommen, vielleicht wird es ja irgendwann auch wieder geändert. Obwohl, Botten sieht sogar, hat er mir mal geschrieben, dass er das sehr locker sieht. Also er sieht das sehr sportlich und sagt, ja, ich finde es schon gut, dass ich mich dann nächstes Mal erstmal wieder qualifizieren muss. Ja, aber das ist auch sehr ein spezieller Typ, glaube ich, ein sehr ehrgeiziger, von sich selbst überzeugter Typ, aber es gibt ihm absolut recht, also mit der Leistung, die er zeigt. Ja, der Kerl ist faszinierend, muss man sagen. Du hast ja jetzt eine Woche länger Pause gehabt dann eben, weil der IBU-Kaar früher vorbei war. Wirst du das in irgendeiner Weise für dich nutzen, trainingstechnisch oder so? War der Plan, aber ich glaube, es hat jeder gesehen, wie wenig Schnee auf einmal da war. Wir wollten da eigentlich nochmal richtig schön Trainingsblock setzen und nochmal viel trainieren, aber Schnee war weg. Natürlich habe ich trotzdem trainiert, aber ganz ehrlich, nach der Saison, die lang war, da hat man halt dann, ja, man hat dann schon Bock nochmal einfach aufs Langlaufen, weil man das halt einfach liebt, aber in dem Moment dann direkt zu sagen, boah, ja gut, dann fange ich jetzt hier mit Rollern direkt an und mit Joggen und so, also ich habe schon relativ viel gemacht, auch direkt danach, habe es schon genutzt, aber es ist dann schon auch hart für den Kopf und zäh und ja, man hat sich ja noch so ein bisschen vorbereitet auf die Zollmeisterschaft, auf die Deutsche Meisterschaft, Langlauf, also man hatte ja immer noch Bock ein paar Rennen zu laufen, aber das ist ja auch alles ausgefallen, also es war schwierig danach, dann wirklich die Motivation, so lange aufrecht zu halten. Ich habe schon auch meine Trainingsstunden gemacht, die auch auf dem Plan standen, aber jetzt nichts Übertriebenes. Also die Zollmeisterschaft fällt auch gefühlt jedes Jahr aus, oder? Außer letztes Jahr, da war es einmal und dann die letzten vier Male oder so, ist es dreimal ausgefallen? Ist halt schwierig, ja. Es ist halt quasi ja nur die vier Zollländer, die da mitmachen, das heißt, man fliegt deswegen nicht nach Skandinavien oder irgendwo, wo halt noch Schnee ist und dann ist es halt meistens nur in den höheren Lagen irgendwo noch möglich und dann muss man halt dann sich auch die richtigen Orte irgendwie raussuchen, wo das halt noch irgendwie funktioniert und Kaltenbrunn hat man ja dann gleich schon sein lassen und hat es auf Seefeld und ganz ehrlich, in Seefeld hätte es die letzten Jahre immer funktioniert, aber dieses Jahr war halt echt beschissen und ja, deswegen ist es ausgefahren. Also für dich geht es dann im Mai wieder los? Erste Maiwoche oder wann ist das? Genau, genau. 29. April haben wir uns jetzt verständigt. Da wird das erste Training wieder anstehen. Ja und ich denke mal, Kader-Einteilung sollte ziemlich safe sein, oder? Also Danilo kommt rein für Benni und dann ist der A-Kader wahrscheinlich ziemlich unverändert, denke ich mal. Da kann ich dir absolut gar keine Info geben, weil ich weiß selber noch nicht und meistens kriegt man das ja doch immer so durch die Blume in den letzten Weltcups mit, aber da ich da nicht, aber keine Ahnung und ich weiß nicht, vielleicht ist auch zu wenig Geld da und man verkleinert den Kader oder was weiß ich. Da lasse ich mich jetzt, jetzt habe ich ja doch schon wieder was gesagt. Ne, ich weiß es nicht, kann ich dir nicht sagen, aber es sollte, denke ich, relativ bald, also die Trainersitzungen, die ersten sind schon durch, jetzt sind, glaube ich, diese Woche noch mal die, wo dann die Landestrainer mit dabei sind, also das sollte relativ zeitnah aus sein. Was glaubst du denn, also wird die Quali wieder so offen? Ich glaube es ja nicht, also ich glaube schon, dass so drei, vier mindestens gesetzt sind, das heißt zwei, drei Spots sind wahrscheinlich nur noch offen für den Weltcup. Roman hat vielleicht sogar ein Stein im Brett, aufgrund seiner Vergangenheit. Ja, was meinst du? Werde ich als Experte gefragt und nicht als Athlet. Ja. Gut, dann spekulieren wir einfach mal wild in den Raum hinein, ohne dass ich da jetzt irgendwas festlegen würde, aber klar, Benni ist weg, Hannes würde ich setzen, Hill würde ich setzen, Justus würde ich setzen, die halt alle in den Top 15 im Gesamtweltcup sind und die restlichen drei Plätze würde ich tatsächlich freilassen. Man könnte natürlich, der Geist scheidet sich ein bisschen klar beim Roman, der im Vorjahr einfach brutal stark war und ich denke, dieses Jahr auch wieder brutal stark gewesen wäre. Ich meine, er hat es direkt im ersten Rennen bewiesen, hatte dann halt einfach mit der Krankheit, ja, in der Saison weiß man halt nie, wirft einen sowas halt schon mal zurück, klar, aber wenn man dann halt am Ende klar nach Ergebnissen geht, dann würde ich nur die drei setzen, wenn du sagst, okay, man gibt dem Roman nochmal einen Benefit von den Vorjahren, dann könnte man sagen, die vier sind gesetzt, aber ich meine, der Roman ist ja so gut und so konstant, dass er sich ja auch einfach qualifizieren könnte, aber das ist jetzt nur meine spezielle Meinung gegen nichts. Sehr klar. Jetzt sehe ich aber auch noch Philipp Horn zum Beispiel auf der 20, ja, und der hat ja auch ein paar Rennen verpasst im ersten Trimester oder fast das gesamte Trimester, gut, in Lenzer Heide war er dann mit dabei bei den drei Rennen noch, aber da hättest du vielleicht auch Richtung Top 15 gehen können, wer weiß, dann wäre das natürlich auch für die Trainer vielleicht schon wieder so eine Überlegung, ne? Du bringst mich hier richtig in Bredouille, ich hoffe, dass die anderen das nicht alle anhören, was ich hier gerade zum Beste gebe, danach werde ich gemieden in jeder Trainingsgruppe. Ne, Philipp, klar, absolut, hat er gute Leistungen gezeigt, aber am Ende hatte ich auch nur ein Trimester, wo ich mich zeigen konnte und wer weiß, was ich dann noch danach gemacht hätte, also in der Situation so gut, wie wir jetzt alle waren, würde ich tatsächlich keinen weiteren Fest setzen, um den Konkurrenzkampf da zu lassen und einfach die Chance halt dann bei der Quali schon noch relativ groß zu erhalten, dass man da die Möglichkeit hat, also ich würde wieder eine Winter-Quali machen, hatten wir ja auch schon mal die Diskussion, dass mir die Winter-Quali natürlich besser liegt, aber ich finde, ja, ist einfach näher am Winter dran, macht für mich deutlich mehr Sinn als im Sommer, deswegen, ja, würde ich auch wieder eine Winter-Quali machen und würde drei setzen, drei freilassen und genau, und ganz ehrlich, wenn der Philipp die Leistung von der ganzen restlichen Saison zeigt und dann eben nicht wieder dieses eine Schießen da in diesem Massenstart hat, dann qualifiziert er sich auch, genauso beim Roman, wenn ich auch noch sage, auch noch Danilo, dann ist er schon voll, dann bin ich ja gar nicht, hat doch einen Altersbonus, muss man auch dazu rechnen, Herr Fax. Ja, also ich würde drei setzen, der Rest soll sich in der Qualifikation wieder mit mir balgen. Ich glaube, so wird es auch kommen am Ende. Was hast du denn so für Fokuspunkte jetzt in der Vorbereitung? Wirst du irgendwas besonders angehen, nochmal was ändern oder hast du schon irgendwelche Pläne gefasst? Ja, wir haben schon mal darüber gesprochen, dass der Schwellenblock bei mir wirklich sehr gut angeschlagen hat, dass man sich vielleicht da noch ein bisschen mehr einen Fokus drauf legt, dass man eventuell noch mehr Einheiten Richtung Schwelle macht. Dann wird der Fokus wieder liegen, da einen schönen Jahresplan sich zurecht zu machen, wo die Lehrgänge schön eingebettet sind. Also der Fokus ist quasi der gleiche. Beim Schießen habe ich mir das alles schön feinsäuberlich rausgeschrieben, habe festgestellt, dass die Schießquote ohne die Staffeln gar nicht so schlecht war. In den Staffeln habe ich definitiv unter meinen Erwartungen geblieben. Genau, das habt ihr ja eh gepostet, da auch im Weltcup habe ich wirklich Schießquote war gut, aber es ist halt auch einfach genial zu wissen, dass wir den besten jemals im Weltcup dokumentierten Schützen in unseren Reihen haben. Das ist halt genial. Da kann man sich schon orientieren. Da werde ich natürlich weiter auch an meiner Schießzeit arbeiten. Stehen möchte ich da auf jeden Fall einen großen Fokus weiterhin legen und ja, ein Fokus, der für mich dieses Jahr wieder auf jeden Fall dazukommt, der mich vielleicht so ein bisschen gestört hat in dieser Saison, das habe ich ja schon gesagt, das ist mentale, da werde ich auf jeden Fall mir Möglichkeiten suchen, wie ich dann eben mit solchen Entscheidungen, die ich eh nicht beeinflussen kann, aber die ich vielleicht nicht immer unbedingt gut kommuniziert finde oder die ein bisschen schwierig sind, wie ich mit denen umgehen kann, dass die mich nicht so viel Energie kosten. Das wird ein großer Lernfaktor hoffentlich sein und da werde ich mir was zurechtlegen. Mit einem Coach dann oder alleine? Ja, natürlich gerne. Also ich habe ja schon mal mit einem Mentaltrainer zusammengearbeitet und bin da auf der Suche, vielleicht da nochmal in die Richtung was zu machen. Da bin ich noch nicht so komplett in der Findungsphase. Da muss ich auf jeden Fall erstmal jemanden finden und mich da drum kümmern und mir selber bewusst werden, was sind denn genau die Fragen, an denen ich arbeiten will. Da brauche ich noch ein bisschen, aber Sommer ist lang. Aber da werde ich mir auf jeden Fall was zurechtlegen. Und das Ziel ist dann WM, wie ich eben schon rausgehört habe? Ja, klar. Am Ende, ich bin jetzt schon ein Jahr durchgelaufen, ich war dieses Jahr wieder im Weltcup. Am Ende wollen wir jetzt auch endlich mal diese Staffel in eine Medaille ummünzen. Am liebsten will ich da natürlich mitlaufen. Dass das nicht einfach wird, haben wir dieses Jahr gesehen. Aber klar, am Ende ist es Ziel, irgendwann so eine Plakette mal daheim hängen zum haben und die gewinnt man nun mal bei einer WM. Also ist das Ziel. Und jetzt haben wir ja hier auch mit Urlaub angefangen und du hast mir schon verraten, jetzt geht es auch weiter für dich mit Urlaub, oder? Ja, genau. Einmal noch ohne Schnee entspannen. Genau, am Montag geht es ab nach Madeira. Einmal warm darf man sich, glaube ich, auch gönnen. Und dann, wie gesagt, geht es ja eh schon wieder mit dem Training los. Also eine Woche Entspannung und dann sind wir wieder parat. Ja, nice. Ey, David, ist lang geworden, aber vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. War mal wieder sehr interessant, das zu hören und ja, aus deiner Perspektive vor allen Dingen. Ja, danke dir. War wie Therapiestunde, habe ich heute das Gefühl gehört. Ich habe mir viel von der Seele geredet. Ich habe hoffentlich keinem auf den Schlips getreten, aber es ist meine persönliche Meinung und das sieht vielleicht jeder anders, aber das hat mal wieder Spaß gemacht mit dir. Perfekt, ja. Ich bin dann dein neuer Mentalcoach, kannst mich gerne kontaktieren dafür. Kommt das auch noch in die Berufsbeschreibung. Ja, sag den Zuhörern gerne noch, wo können sie dir folgen, wo können sie dich finden? Ja, auf Instagram bin ich nach wie vor aktiv und auf Facebook, genau die zwei klassischen Plattformen. TikTok wird bei mir nichts mehr. Ja, mal gucken. Mal gucken. Auf jeden Fall vielen Dank und mach's gut und viel Erfolg, David. Danke dir. Ach, Leute, das war doch wieder herrlich mit dem David. Also, ich liebe es jedes Mal. Sehr offen, sehr ehrlich. Ja, und auch sportlich weiter sehr ehrgeizig. Also, was für eine Saison für ihn. Und wenn ihr gedacht habt, ja, letztes Jahr, das war ja schon krass, was da am deutschen Team abging. Ich glaube, das wird dieses Jahr nicht leichter werden, sich da für den Weltcup zu qualifizieren. Ganz im Gegenteil, die jungen Drücken, die alten Etablierten, die werden sicher auch nicht schwächer werden. Also, es bleibt verrückt im deutschen Team. Cool für uns, hart für die Athleten, aber das ist natürlich Leistungssport und so kann man sich auch gegenseitig pushen. Und weil die liebe Maike mich so nett gefragt hat, wünsche ich doch dem Stefan noch alles Gute nachträglich zu seinem Geburtstag, der gestern war. Ich hoffe, du hattest einen schönen Tag, Stefan, und hörst weiterhin hier rein als großer Fan der Extra-Runde, wie mir gesagt wurde. Und damit, Leute, geht's auch in der nächsten Woche weiter mit dem nächsten Gast, der nächsten Gästin. Lasst euch überraschen, schreibt mir gerne Fragen oder schickt mir Sprachnachrichten direkt bei Instagram, falls ihr irgendwelche auf Lager habt oder Feedback oder whatever. Und dann aktiviert doch noch die Glocke hier, um keine Folge zu verpassen. Gebt 5 Sterne, teilt das, wenn ihr nicht genug davon bekommt. Macht's gut, genießt das katastrophale Wetter. Ciao. Das war die Extra-Runde für diese Woche. Neue Folgen gibt es jeden Montag überall, wo es Podcasts gibt.